Der erste Auftrag heute, guten Morgen. Vorher, Rackplatz. Wolfgang, ist Auftrag? Ja? Morgen, Wolfgang. Morgen, morgen. Alles gut? Ja, ja. Das muss jetzt sein. Das werde ich mal kurz vorbereiten für nachher. Der Reifen ist auch durch. Der Mantel ist auch durch. So viel hast du neue Räder gekriegt? Nee, verrückt nicht. Verrückt sich auch. Wenn du da nicht viel ist. Wenn du überlegst, ich kann doch mal die Seite, die Seite und da hinten voll. Nee, weil wir so viel zurück haben, weil jetzt sind wir vorne noch nicht stand. Dann sind wir zurückgekommen. Ah ja. Das ist ja auch mal schön, wenn man zurückkommt. Ja, hast du recht. Ja. Ja. Wird sonst so teuer. Nein, nein. Ja, was gibt es heute in der Welt? Ach. Ja. Berlin weint mit Barcelona. Was ist passiert? Ach, da war ich schon wieder anschlag. In Barcelona? Ja. Nee. Nein. Ich war vorhin am Mittwoch quasi. Und dann gestern Abend wieder. Der ist am Abend wieder in den Brunnen. Nein, nein, nein. Ich traue dir eine Menschenlänge gefahren. Das ist ja furchtbar. Zeig mal. Tschüss. Hans. Musik. Danke. B этих stimmt. Nein, nein. Nein, nein, nein. reverberate, Dr. 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 Ja, das ist ja auch ein bisschen. Wir haben auch wieder den Ringstoffkürt aufgelegt und gesagt, haben sie alle gefahren, gleich los und alle. Ach, das ist ... Bezahlung ist. Die Zähne sind ja keiner da im Rechnerplatz vorig, ja. ja auch so ein sauerster und er kann denn alle keine mehr du kannst nicht in den Urlaub fahren, du kannst es auch nicht mehr machen also, er geht es nicht da hast du nicht, also ich bin zu Recht nur du, kann man überrichten hey, bitte! nee ja du musst ja nicht fest haben nee, du darfst ja gar nicht naja ich gucke auch immer einer so wie so ah, hau, oder du sieg mal so guck mal, ich sag, siebchen vorbei oder die Mütze, der sich auch süße Mostar schon mal sehen, du sieg meine ja, ja, ja ja, ja du warst ja immer, ne ich dachte, der, der jetzt so entspannt wurde das sieht hallo du, das ist jetzt so wie er denn los heute gut alles klar alles klar bo ach, gut hast du gemacht dankeschön Ich kann es ja nicht zeigen, aber es ist ja furchtbereit. Verrechten sollen sie alle, dass sie sowas machen. Scheiße. Kommi, kannst du deine Nachricht noch nicht vertragen? Das nimmt sich immer sehr mit. Die Kinder. Die Kommi. Na ja, ja, wir auch. Ich kann das schon mal gerne helfen beim Rai oder sowas. Ich werde in Barcelona, nein, ich kann das schon nicht. Die Idioten. Man soll doch verrecken, bevor sie Kinder umbringen und unschuldige. Die Idioten. Da ist irgendwo eine Luftspringer in der Wüste. Ja, la. Scheiße. Der Glauben ist nicht gut. Der Glauben ist fanatisch. Immer. Überall. Eher all welcher. Das ist immer Fanatismus. Das ist immer Fanatismus. Automieten und Tegel. Tja. Ja, bitte. Bitte. Das ist immer Fanatismus. Das ist immer Fanatismus. Das ist immer Fanatismus. Wir gehen in der Wüste. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein Schuss. Mann, 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 Mann. Nooo. müsst ihr so eine scheiße drucken also schönes foto auch fantastisch wie ein kind da liegt überfahren vom auto zerquetscht zermahlen müssen die wirklich so eine scheiße drucken noch propaganda geht um die welt das finden die toll haben wir machen mehr davon haben wir sind jetzt richtig über drehen über uns ja toll mit der nächste setze ich im mietwagen und schwachsinn berichtet einfach gar nicht über sowas wie früher hat kein menschen interessiert wo früher irgendwie von vor 200 jahren irgendwo ein volk ausgerottet wird und naturvolk oder so hat auch kein menschen interessiert da gab es ein großes gemetzelt wurde dann drei vier auch fünf wochen später vielleicht mal erwähnt irgendwo von unten reisenden der zufällig mitgekriegt hat okay wissen wir bescheid keine nachahmungstäter ich bin vater von vier kindern ja ich kann sowas überhaupt nicht ab wenn mein kind so was passieren würde egal in welchem alt geht nicht darum dass du klein bist also das ist ja immer mein kind ja pass mich an ja 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 ich kann alles ok alles ok rauskommst zu frühstück oder willst du? ja kommst raus zum frühstück so hier was? Schale oder Schüssel können die das da reinmachen? ja ja ahhh schreckt ja ich bin nicht mal im Boden zu sagen hm Na aber aufheben müsst ihr das. Danke. Ich hab's vorbereitet. Bis später. Wann hast du denn hier gerufen? Wo ist denn hier? Ich würde nicht religiöse Dinge interessieren. Da war schon wieder extra geliebt. Ja, sagt sie. Ich leg dir nicht mal an die Seite. Mal, da hab ich schon gedacht. Welche religiöse Dinge? Ach so. Man kippt nicht ob da noch was kommt. Das ist eine alte Bruchstelle. Ich hab gesagt, da kommt nichts mehr. Ich hab gesagt, das könnte eine Reiseikone gewesen sein. Aber ich denk doch mal, da war um eine Hülse dran. Ich war ja schon wieder abgegessen. Ich denk, ey, was ist das jetzt wieder für ein Spielchen da? Und dann kam es auch immer raus. Jetzt wird man dein Portemonnaie. Ich hab gesagt, wir warten. Welcher für den Ding? Ich find so eine Sache immer schön. Das ist auch nervig immer. Das russische. Ja, natürlich. Sind ja meistens russisch. Kann man auch immer zeitlich schwer einschätzen. Da gibt's ja auch so Fälle von Klack-Ikonen und ja, keine Ahnung. Urlaubs-Ikone. Naja. Halt. Halt. Ja. Ja, wir sehen uns einfachett. Ja, genau. Der ist ja wirklich sehr schön. Halt. 考 tengan. Ja, wir sehen uns einfachett. Ja, einfach. Und was hat sie genommen? Was hat sie mir abgenommen, Schätze? Zehner. Ah, Zehner. Zehner. Fünfer war mein erster Gedanke, aber dachte ich mir, naja, wenn sie es schon beiseite gepackt hat, dann wird sie wahrscheinlich den Preis mal spontan gedoppelt haben. Einfach nur aus... Hallo, aus Spekulationsgründen. Bestimmt, kannst du. Pumpe ist auf der Treppe. Spekulativer. So. Ihr sagt, viel von der Hölle blut, hab das doch nie empfunden. Gedenkt an meinen roten Mund, der lacht zu allen Stunden. Liesische Stannhäuser. Liesische Stannhäuser. Liesische Stannhäuser, ja. Lied, dass sie keine Bibel tragen darf. Ja, eine Bibel würde ich auch rezitieren, das ist überhaupt kein Problem. Okay. Wenn du ihn mal in dein Liederbuch liegen lässt, dann fängst du dann zu singen, oder was? Warum sind die Seiten so geflattert, oder muss das so sein? Das muss so sein, das ist bei der Ausgabe-Programm. Das ist nummeriert mit 50 Pfennig. Einst. 1906. Moin. 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 Und hinten drin sind es schon 5 Mark. Moin. Ich würde jetzt nicht kurz für ein Radausleihen. Hä? Ein Radausleihen, weiß ich mir das glaube ich. Aber vermietest du nur mit Schlüsseln? Mit Schlüsseln. Mit Schlüsseln. Dann brauche ich 1, 2, 3. Jetzt? Jetzt sofort. Jetzt sofort. Jetzt sofort. Du liest aber nicht die Bibel, oder? Die lese ich auch. Jetzt ist das nur die Ernte. Die Ernte? Und worum geht es da? Um die Ernte. In der Bibel wird gesät und hier wird geerntet. Okay. Kein Armband dran, ne? Und dann hat er letztes Omega, da war der Omega Armband dran, ne? Die Stahlarmband. Carsten kommt. Gestern wollte noch einer bei, äh, Backer vorbeikommen. Mit einer Cartier mit Brillis. Eine ältere Mann. Den kennt Backer. Das habe ich gesehen, die Uhr. Hast du gesehen? Ja, Cartier und eine Omega mit Brillis. Der war hier. Den hat er zu mir geschickt. Mahlzeit. Mahlzeit. Donk. Donk. Wolltest du eine Frühstücksbestellung aufnehmen, oder was? Was hätten wir denn? Wir nehmen den mal. Es dient zu meiner Freude und kömmt mir herzlich vor, wenn ich in deinem Leiden mein Heil mich finden soll. Stimmt. Ah, ich ergötze mich an deinem Leiden. An anderen Worten. Ich bin ja bei wem, an wessen. Hier, 1923. Von wem ist das, hat das auch nicht geschrieben? Ja. Herrgottvater, mein starker Held. So, ich hole jetzt das Bild. Ja. Das Bild? Ja, hier das Dings. Das Bild für Arnim und die Truhe. Das Bild für Arnim? So ein... Eiligenbild. Mitte 19. Das ist so ein Eiligenbild. So groß. Ach, schön. Geht mir mal an. Für Arnim. Wenn ich das Lächeln schon sehe, ist das Ding bestimmt voll lässig. Und der ist froh, wenn ich das nehmen würde. Ja voll, der macht ja... Machst du jetzt Lieferservice? Du kriegst schon geliefert jetzt. Home Delivery. Antik-Service. Ja, weißt du warum? Ja, sag. Weil bei mir immer Süßigkeiten rumliegen. Ach so. Da ist sie. Ah. Hat dann wieder nachgepackt. Also ich liefer es zu mir. Und Kuchenkrümel. Wie lange... Und dann musst du es dir angucken. Und dann musst du die Krümelspur legen. Oder... Ja, ich weiß ja. Sonst... Kuchen wir auf. Ist ja... Hier diese Kiste auch. Die ist ja jetzt mit drin. Ich hab ja kein Autoscheiße, wa? Ja. Autoscheiße. Hallo! Und äh... Oh! Und äh... Die Kiste von links ist ja auch dabei. Was ist denn das? Binnen. Binnen sind immer gut. 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 Der zwölf Stunden Abflug. Kannstiese ich mal nicht wass denn alles ist. Ey du weißt du dann, you´n обыч het enden? Ey ey, ey. Ich hab dich erst dann wieder nicht verstanden oder? Ein Matemacht... Ach... Mann... Die Verbindung war gleich mit einem anderen? Ver-Aus... Der Verbindung mit deinem Cy-R-Phone. Das cyberphone ist nur zum... Du weisst nicht. Das ist nirgendwo... Deine Sekretärin. Ja. Der sitzt dann auf dem Sofa. Und wenn ich keinen Bock hab, drüber, ein Computer lieg' da... aber ich habe keinen bock mit dem ding durch die gegend zu laufen weil das ist nämlich ein brett und da habe ich keine lust drauf kriegst du nirgendwo rinnen in der rosentasche oder so ist das scheiße und die anderen laufen alle rum die haben keine arsch mehr die haben alle nur ein brett in der hose das ist so scheiße bretter arsch ja nur flatter arsch ich muss um elf da sein dennis kisten ok zahlt er dir die geld gleich zahlt er dir leidet geld oder dennis hast du jetzt so abgesprochen weil die sind jetzt ein glas im glas oder ja ich will nicht mehr ich will nicht papa sein hast du denn zu mir vielleicht habe ich glaube ich wir telefonieren ist ja nur so rauschend ist ja besser Carsten bist du es Mama darf ich in der Mitte sein ja ich will Skadi nur was geben hier Skadi ein Brot so Kaffee ist da wir machen Kaffee Pause jetzt das geht dann macht man schnell aaah Aaaaaah Hab ich gemacht wow glaub ich better für alle Toast für alle Toast wow durchgeschnitten meh super lecker ich möchte nicht sitzen ich nehme einen Toast ok ja mama mama für leberwurst leberwurst ist hier Das schmeckt mir besonders gut. Weil sie mit Liebe gemacht sind. Und Mama hat die ganze Zeit in der Küche gepusht. Super, Anu. Nein, da war die Frau wieder. Es war Anu, die schiebt mir das jetzt in die Schuhe. Ja. In die Hose schiebt sie dir. Also. Also. Beim Zahnarzt soll ich einen rufen? Mhm. Da kann man nichts machen. Das ist halt. Aber das fühle ich erst schon mal nett. Aber ist besser, oder? Ich meine, die soll nach oben, ähm. Ich meine, das ist so. Zahnungssalbe. Habe ich ja eh gemacht. Zahnung. Da haben wir es gerade schon mal drauf gemacht. Das ist ja auch ein Scherde. Da ist kein Punkt. Und äh. Sonst muss man nach der Küche auch was mitmachen. Einfach zu beruhigen. Hier kann man nichts machen. Moin. Danke. Ja, der kommt am 28. Das ist jetzt alles in Ordnung mit ihm, ja? Weil er sich nicht gemeldet hat, weil er keine Vertretung gemacht hat. Nee, er kommt am 28. Er ist okay. Okay. Vielleicht haben die auch einem noch vorbeigefällt. Vielleicht am 28. Dann fahren die weg. Also geht alles klar. Mir geht's gut. Ja, sie meinte, sie kann leider nicht vorbeikommen mit dem Vertrag. Irgendwann ist es so gut. Und ähm. Sonst würde sie das gerne machen. Aber Buna ist eh da. Also er kommt dann da. Und man denkt sich, man muss das ja nicht unbedingt sein. Ich meinte ja, es ist auch kein Problem. Ich wollte ja eigentlich nur wissen, ob wir schon ein bisschen anfangen können zu streichen und Fläche umzubauen oder sowas. Ja, es ist kein Problem. Ich glaube, wir kommen erst am 28. rein. Ach echt? Doch, das geht. Ja, aber er möchte noch dann das Vertrausreisen selber. Weil ich gesagt habe, ich will nicht ihn abkaufen. Wolltest du Zeit haben? Guten Morgen. Ja. Wolltest du es haben? Nee. 200. Ich habe gesagt, das mit dem Bett, das du drin lassen kannst, habe ich nur gesagt. Damit du keinen Aufwand mehr hast, das aufzureisen. Ach so. Aber es ist ja schon 300 Euro, Alter. Ich weiß, was das kostet. Ja. Kann man das vielleicht noch mitnehmen, oder was? Nee, er sagt aber, dann hat er ja noch einen Töschler-Kumpel, der ihm das gebaut hat. Den ruft er mal an, ob der das will. Und dann reißen sie es jetzt selber aus. Oder wenn es nicht, dann kriegst du es halt so. Wenn du damit keine Arbeit haben willst, dann lass sie es drin, dann räum nix mit raus. Das ist ja kein Problem für mich. Ein paar Schrauben kommen weg. Aber ich persönlich reiße draus, ich brauche den Raum als Raum in der vollen Höhe. Ist gut gebaut. Ist eigentlich okay, aber nicht für mich. Ich kann es anders machen. Naja, wir brauchen ja auch nicht irgendwas für eine Schlafgelegenheit dort. Haben wir ja alles. Wir brauchen ja wirklich nur den Raum. Nein, nein, ich lass dich nicht hier rein. Wir brauchen ja alles. Wir brauchen ja alles. Wir brauchen ja alles. Das geht von außen so anschweißen, oder ist der Stahl oder Stahl? Ja. Ja. Keine Einung, sondern Schweißpunkt von außen. Schweißpunkt, genau. Auf alle Fälle. Ja. Und den kannst du auch immer wieder wegnehmen in den Schweißpunkt. Das ist eine gute, schließt er hier ab. Ja. Und dann ritt hier Schweiß. Kannst du immer wieder wegschleifen, ohne es auseinanderzunehmen. Mhm. Das ist okay. Gut. Ich kann das nicht. Bitte, bitte. Ja, bitte. Ja, der Netz. Das geht. Alles gut. Ja. Nichts. Ja. Ja. Ich kann das nicht sagen. Ja. 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 Was ist das? Zeigst du da bei uns? Zweimal hat er es. Oh Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, danke. Ja. Nein, sorry. Passt du was oder? Passt du was? Nee, nee. Passt du was? Na, Sauna. Bei den Ofen brennt auch nicht von alleine, ne? Ja, das hat 6 Ständer, ja. Das kostet mal. Ja. Auweia, auweia, auweia. Dennis? Ja, bitte. Willst du dich mal aufwärmen kurz? Nein. Dennis wollte mal eine Tiarete drauf haben. Was? Ja. 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 Bitte? Was gibt es? Ja, zum Aufwärmen. Ja. Den, den, die Tisch, äh, den Tisch. Äh, den Tisch. Hättest du mir da? Ich hab schon, ich bin jetzt vor. Guck mal, ich hab mir auch noch gut. Aber ich nehme mal so an, ich fahre ihn nicht so an. Ja. Ich bin nur noch ein, ich bin nicht so an. Ich bin nur noch ein, ich bin nochmal so an. Bis zum Aufwärmen. Kasach, der ist ein Dresdencile. Die Stadt ist in der Nähe des Stadens. Hier gibt es die Kulisse. Kann ich nicht sein? Kann ich nicht? Nein, das ist er ja nicht. Für wen ist der Kulisse? Nein, das ist der Kulisse. Was Sie von Ihnen wissen, das muss man noch hin. Du könntest einfach irgendwo nach hinten schieben. Aber jetzt wird es passieren, ja? Genau. Wenn ich nicht in den Sohelschein schaue, dann wird es nicht so aus. Da müssen wir jetzt kurz einlesen. Die Kulisse nicht. Ich habe 真的 nicht. Die Kulisse nicht. Die Kulisse nicht. Das ist elusen und das ist die Kulisse. Die Kulisse nicht. Die Kulisse nicht. Das war die Saat, der in die Allene hochgebracht hat. Ich hab die Allene runtergebracht. Aua, so ist es! Äh, hochgeschmissen. Gleich ist Allene. Von Hack. Ja? Ach, das war hier drin. Ja, wirklich, das nervt, wirklich. Arrangieren wir heute hin und her. Tschüss, Leute. Ja, das würde ich jetzt. Ich kann nur fassen. Das ist echt witzig. Wie viel brauchst du denn? Ich weiß nicht, ob die die Preise angehört haben, aber damals waren es 15 Euro. Mama, Mama! Ja, ich komm gleich. Ja, vielleicht brauche ich. 16 Euro. Mama! Ja. 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 Und das ist ja furchtbar. Ja. 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 Mami, Mama, gehen wir einkaufen. Erstmal geht er einsaufen. Rieselmanöver. Ja, tschüss. Na, warte auf, schüttelt doch. Ja, war schon ein bisschen spät. Da waren wir noch drin, aber ich glaube, der war noch ein Stück. Mann, ey, es ist nicht ein. Heute ist ja Stress hier. Das ist nicht für eine Frage. Carsten kriegt Süßigkeiten von dir und Wolfgang kriegt ein Mittagsmenü oder was. Das ist ja jeder, ja. Von Raucherlunge. Dreht der schnell. Ja. Ja, ich hab's ja auch nicht. Wir hatten ja auch nicht, wir brauchen ja das Wasser mal. Na ja. Ja. Wir brauchen ja das Wasser mal. Ja. Ja. Das Wasser ist ja nicht. Das Wasser ist ja nicht. Wir brauchen ja nicht. Ja, ja. Wir brauchen ja nicht. Nee, also Laufbänder. da war die aber schnell durch Mann ey, was ist denn los jetzt? Will er nicht nix? Ist das ein Backup? Ist das ein Backup? Der Backup hier vorne, da taugt ja nix. Ne, aber hier um der Ecke? Red Pit Station. Was gibt es denn da? Brot. Wollt ihr Kuchen? Ach so, dann bring doch was mit. Kuchen. Spannend, war zum Spielen und Schokolade. Ach so, und Dennis. Jo, können wir denn nachher in den Automaten noch in der Operin? Ich muss im Spiel sind 16 mal los. Ich bin nur mit meinem Vater noch verabredet. Ach, das ist aber schön. Ich komme heute Abend wieder. Naja, das steht noch nicht fest. Naja, das steht noch nicht fest. Na ja, das steht noch nicht fest. Das war letztens Häuser. Ja, wirklich, da war ein bisschen was andere. Ja, natürlich, da war ein paar andere. Das stand aber auch noch nicht fest. Ja, ich baue ja bloß ein Vogelhaus weiter. Was ist bei einem Vogelhaus? Wo war ein Vogelhaus? Du baust bei deinem Vater ein Vogelhaus? Ja. Ach so. Das steht fest. Mit einem Vogelhaus? Ja, oder wie sehen die das? Ja, ich sehe das genau. Halte mal. Das hast du dazu. Fußball ist anscheinend Sport. Ich bin alle wieder gleich. Ich bin immer noch für die Unterwanderung. Ich bin ja auch für eine Flugzeuge leer. Ich bin ja immer noch für die Ballmer. Der kommt ja nicht mehr wieder, der Karsten. Der kommt schon wieder, weil der will ja sein Geld haben. Der will ja sein Geld haben. Sein Geld? Ja, sein Geld will er doch wieder haben. Welches Geld? Ja, der hat doch für dich gekauft, da das Ding. Was hat er gekauft? Ich denke, er hat für dich das gekauft. Was? Diese heiligen Dings da. Das hat er nicht extra für mich gekauft. Ach so. Hat er gekauft, der wollte mir das mal anbieten. Ach so. Na aber für Dennis hat er was die Kurve. Die hat er für Dennis die Kurve. Den will er ja auch wieder haben mit dir. Die haben alle die Geld. Muss er alle vorspielen. Na, macht er bestimmt ja, der hat ja auch zu viel. Ja, deswegen ja. Kann man auf eine Runde Gubi-Werchen reingeben? Die Zinsen, was? Was? Das sind die Zinsen. Noch, Ena. Ist das hier der Verein der Geldlosen oder was? Ja. Wir teilen uns jetzt meine letzten sechs Euro. Mh, ihr seid so brüderlich. Ja. Und für Stäbchen teil mal so. Ja. Sag mal, man muss jeden Stück. Ich will halt jeden. Was willst du denn? Tee, ein Stück. Na ja, wieso kriegt jeder einen? Ja, da war ja in Mathe besonders gut war. Ja. Nein, die Vakuum mussten ja reichen, verstehst du? Nee. Er legt wohl nur noch neuner Einladen. Ich meine, der 3.000er Läde. Oh, oh, oh. Er legt doch den ein. Wenn Carsten kommt, kriegt jeder eins. Außer Carsten. Das ist die 10er Läde. Ja. Aber heute Abend wird der auch gekocht hier. Heute Abend wird der auch gekocht hier. Ja. Ja. Was denn? Carbonara gibt es. Carbonara. Carsten macht seine berüchtigte Carbonara. Jetzt heute Abend, Carbonara. Aber die ist noch ohne Schinken. Wieso, ist Haram oder was? Genieter. Haramsamsam. Haramsamsam. Ich weiß. flughafentasche oder was die flughafentasche ber taschen sind ganz beliebt naja für jeden für jeden architekten der da schon mal beschäftigt war das sind ein paar tausend der arsch boah ist das schlimm ich fasse mal durch das ist ja schon kopiert, immer noch, ist doch verboten ja, beim Hund die Ohren abzuschneiden, das tut richtig weh ja, das macht das viel ja, das macht das viel ja, das macht das viel Jungs, warum ist ja der Stream-Zustand so scheiße, warum guckt der uns hier hinzu? ist das Wetter? ein bisschen weit los guter Zucker guter Stopp Ja, der braucht uns aber nicht. Äh, Elfenbeinplatte? Der ist Elfenbein. Der ist die Elfenbein. Der ist die Elfenbein. Der ist die Elfenbein. Der ist die Elfenbein. Der kam nicht angefeuchtet. Und dann glatt gezogen. Und dann konnten sie nicht ausrollen. Dann haben sie wieder trocken lassen. Du siehst genau die Struktur, kann sie ganz genau auf Elfenbeinplatten. Naja, hast du draußen noch mal unseren Rahmen? Das war doch ein Glas, wa? Auf der jener Stelle kannst du genauer kommen. Ja, du warst nicht nur, was ich ihm verkauft habe. Der wollte es mir ja nicht zurückverkaufen. Ich hab mir gesagt, gib da her, nehm ich wieder. Nö, nö, nö. Der meinte, er ist Plastik. Ich sag, wa? Ich kann Ihnen auch die Strukturen zeigen. Die sind jetzt natürlich ein bisschen auseinander. Nicht mehr so eng stehen. So, wirst du? Geht ein bisschen weiter auseinander, die Rede. Aber... Mensch, du brauchst neuen Bremsbelag! Die brauchen neuen Bremsbelag! Wo ist denn bald ohne einen Reifen? Eine, Mensch Mensch! Eine! Ja, ja, ja! Hübsche kommt, die Hübsche! Komm! Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Wer kommt? Watt? Kommt Carsten? Kommt Carsten? Ja, 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 ja! Hübsche kommt, die Hübsche kommt! Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Hallo! Ja, sag, die Hübsche kommt! Hast du schon gehört? Nee, ich brauch kurz 10 Euro, wollte ich mir leihen. Ich will wieder irgendwas von dir. Ah! Bis Montag! Jetzt, gestern warst du schlecht wieder drauf, oder was? Ja, ich hatte richtig schlechte Launenresten, ja. Ja. Jetzt habe ich mich ausgeschlafen mit ganz vielen Medikamenten, aber... Ah, schön! Ich hab ja gesagt, das war nicht an dich, sondern ich musste immer irgendwo... Ich weiß nicht, ich bin die Kotztüte von Neukölln hier. Genau, und die Ausleithante. Und die Ausleithante. Und die Ausleithante. Echt? Ach, der leistet mir Oberreder, gell, Kinder... Komm! Frauen! Frauen? Moment mal! Komizisten, Sittensträuche... Was? Sittensträuche? Die sitzen immer vorm Laden, die sind billig abzuheben. Ja, die gehen die sozusagen immer durch, diese Sittensträuche. Ein Zehner! Das bin ich gewohnt, wenn eine Frau aufkommt, die will immer Geld. So wie bei eine schrecklich nette Familie... Ja, jetzt sitze ich morgens da und Tag verteile. Maximal Montag, vielleicht sogar schon heute. Er soll aufpassen. Ja, ja, vor dir muss man Angst haben. Tschüss! Tschüss! Bis dann! Ja, das würde ich vermutlich nichts sagen. Ja, jetzt ist es ja... Wie ist es denn? Nein, ja, ja, ja. No, aber mit Familie ist alles klar. Ah, ja. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. denn es du willst ja bescheid heute abend gibt es essen war ja nicht dass sie hier nicht da ist oder so na ja was ist hier ein musste carsten fragen weil ihr wollt ja eigentlich denn es carsten kommt auch her und will die eltern von ihr haben nur damit du vorgewandt bisher bringt die kiste hier und der meinte na ja wäre schön also wie stunde sei es weg ja 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 Bundesschuldenlade Die Kiste kostet ein paar Jahre an. Ja, was ist das eigentlich für eine Kiste? Ich kaufe eine Judo-Auslegende. Ich meine, was war das für eine Art von Kiste? Welche Größe? Hat er ja auch nicht gesagt. Nicht die Komen, aber eigentlich ist das von Carsten Kogen, wenn die mir gefällt. Das hat Carsten zum Anlass genommen, Dennis zu kaufen. Oh, die gefällt mir, die Kofi. Das ist jetzt so eine alte Jaffa-Kiste. Da ist der Fritz in Ruf. Was war das als Mosaik, oder? Ja, das ist das, was ich damals als Fliegellegel gemacht habe. Ich habe auch so eine Kiste verziert. Hast du die alte Kiste ins Dickbett gelegt? Na, Dickbett auf eine Kiste ist doof. Ja. Ja, in die Kiste im Dickbett. Nee, ich habe einen Adler gemacht. Ein Adler. War ja freie Gestaltungsmöglichkeit. Nee, ich habe einen Adler genommen. Einen roten Adler. Ich habe einen roten Adler genommen. Ich habe, hast du die Fliesenreste, hast du dir neben, und dann hast du die Dinger klein getrümmert, und das aus den ganz kleinen Dinger Mosaik gemacht. Viele haben aus großen Teilen Mosaik gemacht, weil es einfacher war. Ich habe aus ganz, ganz kleinen. Das sieht ja besser aus. Ja, sieht richtig gut aus, aber ich habe es leider dahin gelassen. Also so, wo ist es weg mittlerweile. Aber ich war in den 90er Jahren in Brandenburg da auf dem Lehrbau gelassen. Ach, in Brandenburg? Ja. Ja, weil der Anlage die Wahl. Keine Ahnung. Wie gut hat es gestehen? Ja. Das war kein Meister, kein Gesellenstück. Das war einfach so. Freie Arbeiten. Kreativtag. Der Kreativtag. So. Ei. Leute, den Fischstäbchen schmack. Gabi, ist der. Wie mal die Dinger schon raus? Das brauchen die doch jetzt. Wollte ich gerade sagen, wie geht das nicht rade kochen? Was, jetzt den Fischstäbchen kochen? Ja. Wie sind das ekelhaft? Was macht ihr denn, das ist ein Bananen? Ist das schlimm? Ist das schlimm mit euch? Ist das schlimm mit euch? So, gut, den haben wir an. So, gut. Gleich geht's! Hallo. Moin. Haben Sie Schlösser aber zum Verkaufen? Ja. Haben wir. Schöne auch rein. Gehut auch rein. 30 Euro ist das 50. Das ist das. 34 Euro. 30 ist das 50. Das ist das 30. 35 ist die. Das ist ein bisschen länger. Guck. So. Und dann geht es weiter. 50 Euro. Das ist 49 Euro. Und so weiter. Je nachdem. Ja. 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 Ich werde es probieren. So, jetzt... Oh, fertig. So, jetzt... So, jetzt... machen wir nicht machen wir jetzt mal aus jetzt ist ein renner dran zwei bremszüge rennenwechselt hat schon abgeschaltet interessiert ja auch keine sau ist ja auch langweilig. altes system kann man es hören? hört sich an wie ein sägewerk das muss sich ändern. und das wird sich ändern. oh wie lange der säge hoch einmal einmal zweimal dreimal einfach abschneiden viermal jetzt nehmen wir die alten Züge raus nehmen wir den hier der ist total oxidiert das ist die alte Züge das ist der alte Zug da kommt alte Müll das gleich hier hinten Züge Züge kurzer Ende das brauchen wir wie gesagt das wird kopiert und der Zug der Zug das ist die alte Züge so dann gibt es zwei neue Inzüge die wir da einbasteln und zwar ist das zum einen von unseren ruhig mal schaum die 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 der das ist das ist das ist das ist das ist das ist der haben wir Birnennippel Birnennippel die kommen erstmal rein haben wir so weit zu gut jetzt werden die Dinger hier abgelenkt neue Längen die Dinger hier Das war's. Das ist der Code zu Ende. Das ist das lange. Darf ich nachgucken? Darf ich nachgucken? Ich weiß nicht, aber ich wollte dann schauen. Jetzt brauchen wir da lange Hände. Das ist schon mal im System. Das ist ja schon eine Weile her. Ich muss gerade von Radfahrerin fast überfahren wollen. Meine Fresse. Trost vom Laden. Die rasen am Erlangtipp. Geht euch. Moin. Guten Tag. Was darf es sein? Ich habe Interesse. Jogi mal bitte. Handlesen. Was? Ich lese an. Kollege? Keine. Probieren Sie. Danke. 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 Tschau. Tschau. ein jogi bär war gerade da jogi frutti wollte mir was zu hand lesen kein interesse probieren nein 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 mein schicksal dafür bin ich selbst vielleicht eine fahrradketten also vielleicht eventuell liegt dann aber drin in der schwottkiste wo wäre das auch da wo man jetzt ja hier ankommt die reingeben musste ich mal hier die fahrt ein bisschen beiseite und dann erste erste mülltonnen hinter also nach der tür alle batterien ist kommt weg hier würde die fallen meistens ganz nach unten aber wie gesagt kannst ja auch ein paar rahmen rausnehmen kannst du ja eine raus nehmen was du brauchst wie bitte na süße wiese teile so so was machst du denn mit den fahrradketten wir versuchen damit einen kronleuchter zu basteln weiter runter komme ich nicht mal hin schön abkochen abkoppeln abkoppeln ist Ein Kronleuchter basteln, so aus Fahrradzeug, ja so ist das, habe ich vor 5 Jahren, 10 Jahren schon gemacht, so eine Sachen aus Fahrradrahmen und so kann man auch gut basteln, aber manche sind halt ein bisschen später dran. Das bräuchte ich noch von der Länge her. Hallo, darf ich mir die Pumpe einfach nehmen hier? Ja. Bitte? Ja. Cool. So, jetzt schneiden wir jetzt ab. Den Hebel in die, den Hebel musst du, du musst diesen gelben Hebel betätigen. In welche Richtung denn? Na weg vom Reifen. So? Ja. Jetzt kannst du pumpen. Ja. Hört sich anders an, wa? Ja. Okay. Hört sich anders an, wa? Da weiß man eigentlich, wie viel genug ist? Steht auf dem Reifen drauf, aber 3,5 sollten das Minimum sein. Denk ich mal. Ja. 3,5 sind gut. So. 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 Meine Hüte, die ganzen Bataillonen. Meine Hüte, die ganzen Bataillonen. Auf dem Reiben steht 4,5 Maximum, ist das Spielgang okay? Ja! Danke! Tschüss! Tschau! Ich kann sagen, fertig ist jetzt. Einmal abschneiden hier, ungefähr die Länge. Sollte man stehen lassen, damit wir uns einstellen wollen, damit wir was dazu anpacken. Ach! 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 Da kommen zwei Käppchen rauf, hier ein Käppchen. Zum Abschluss wird man sich nicht verletzt hier am Ende, am Drahtende. Einmal, zweimal. Gleich schon mache ich vorne. Das war's. Das war's. Das war's. Malen noch mal. Das war's. Das war's. Zwei Mal Bremsen, Favorit Brennrad Wir sehen uns beim nächsten Ereignissen. Ciao! Oh, das ist ätzend. Na, sag mal, was ist denn los hier? So, Licht leuchtet hinten auf alle Fälle. So, dann ist es vorne. Es ist ja keine Glühbirne drin. Die sollen nicht vorne funktionieren ohne Glühbirne. Okay. Okay, Licht funktioniert. Da brauchen wir ein schnelles Problem. Licht. Jetzt kommt die Bremstür. Die sind schon cool. Okay. 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 Das ist gut. Das war's für heute. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, dann werden wir das nicht nehmen. Okay. Dann ist es 30. 30. Ja. Weiß nicht, Englisch, Deutsch. Furchtbar! Zu viel! Hin und her. Okay. Flip, flop. Okay, thank you. Thank you. Okay. 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 So, das geht wieder weiter. Das wollten sie jetzt nicht mehr kaufen. Weil ich mich so gewährt habe, das anzubringen. Beziehungsweise weil ich gesagt habe, das müsste er denn über Nacht da lassen. Weil ich im Laufe des Tages nicht schaffe, dass meine Hände sauber sind. weiße Hinterwand zu bekennen. Das ist halt wieder schlecht. Die bereitet ordentlich und in Ruhe. Also in Hektik. so sieht es nämlich aus. Ja, das ist das. Das ist der Vordere. Das ist ja vor allem. Vielen Dank. 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 Oh, baby. Okay. Vielen Dank. So, sehr schön. Wir haben... Eier... Weiß... ... 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 Oh, ein Mod ist fest. Das ist ein zweiter Mod. 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 Das ist 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 zweiter Mod. Okay. Das ist zweiter Mod. Das ist ein Kaltbisch. Die Bühne war ja vielleicht ganz cool. Na ja, das war ein Halbpunkt im Fass. Nicht zu erreichen. Für die Bühne. Werchen Schocken wird. Das kann man Biden haben. Wer? Werab. Ich 이쪽 Server. . . . . . . . . So, dann nehm ich doch. Schön. So, dann nehm ich doch. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Thresh. Thresh, 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 thresh. 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 Ja, die sind nicht gut, wo, ja, ja, ist besser. Ja, das ist gut, wo, ja, 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 den kleinen, ja, ja, rüber, auf die andere Seite. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vielen Dank. 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 Ja, alte Socke. Hi Tommy, ein kleiner Hund. Alter, also bloß Asbester, Erik. Ja, danke. Und dann mach mal kurz, weil das schlecht ist. Asbester. Asbester. Oh, jetzt. Jawohl. Ein einziger Praktikant. Den würde es von ihm sein, aber du bist ja für ein Wack. Ja, ja, ja. Das haben wir jetzt in der erste Beine. Ja, aber die haben wir jetzt nicht wieder vor, oder? Nichts, ja. Ich bin ja, das ist in der Schule, aber dann muss ich erstmal nach Hause gehen. Der ist ein bisschen mehr, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ja nur, Gas und Drogen zu dir zu nehmen. Ja, ich wollte halt nur mit euch mal guten Tag sagen. Achso, ja guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. man so wird jetzt der zentag wieder rein 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 So, Bremsbelag Nummer 1. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das ist der Tommy wieder im Hinterrad. Ich möchte sie jetzt auch noch gewechselt haben. Den Mantel, das machen wir. Das ist auf alle Fälle sinnvoll. Ja. 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 So. So. Wohl. Speichenschlüssel. Ich hatte gestern meinen Fahrrad da gelassen und sie den Schlauch wechseln. So ein lilaes. Ah, da steht es schon. Siehst du das? Ich klambe das rechte da, neben dem roten. Soll ich es ausnehmen? Ja. Ach, das ist Kettler. Ja, genau. Mit dem Mantel. Du bist zu bittiger. Du bist zu bittiger geworden. Nein. Du bist zu bittiger geworden. Echt? Du sag mal, ich hätte dich vielleicht fragen sollen. Ich habe mir danach noch Gedanken darüber gemacht, ob ich dich hätte fragen sollen. Ist das blöd, was ich mache mit dem bittiger Mantel? Aber jetzt eh zu spät. Aber jetzt brauche ich dich trotzdem. Obliegt der hier? Aber ich meine, beim vorderen Rack ist es nicht ganz so dramatisch schlecht wie beim hinteren. Okay. Jetzt kriegst du bei 30 Euro. Ernsthaft? Ja. Ja, das ist ja cool. Soll ich Geld was dazu tragen? Ja, das ist ja ganz cool. Kann ich jetzt zahlen? Ja. Wie geht das? Ist das ja blöd? Man habe einen einig. Hm? Und du kannst den Ball rein unterstützen. Papa! Der Ball ist hier nicht. Ist das gleich drin? Papa! Nein, ich hab dich da mal einig. Papa! Papa, mein Ball ist hier nicht. Papa! Papa! Papa, mein Ball ist hier nicht. es ist gut das ist ja furchtbar aber das ist ja super nett der mieträder macht Sinn die Leute da haben die mangelen sind und so der Papa ist ja schwing ach so die will den Ball holen die will den Ball holen ja ich hab nur das gerade so alt also mega alt aber klar ja aber du bist jung naja ich komm schon mal wieder zu dir also wenn es der hintere wäre hätte sie gesagt mach das lieber ich hab mich mit der Schaltung um jedes Mal da ran zu müssen ja 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 ok ich glaube was noch nicht passiert ist ich hatte da zu viel drauf gehabt meinst du nicht war zu alt die waren einfach zu alt die waren wirklich komplett runter an der Seite ist der lieb da war ja nur noch gewebe und kein Rumpel mehr naja und das fährt sie offensichtlich nicht wegen der richtigen Luftbruch dass sie nicht frei sind ja aber nicht aber der hat es doch hier noch dran glaube ich am Ende dann vielleicht am Ende dann vielleicht ja 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 Papa mir hat Papa mir hat verliebt Papa ich habe was Papa mir hat vielen Dank ja ich habe ja naja ja wovon ist wovon die sind wovon 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 sieht ja wovon 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, yes! So, yes! Untertitelung des ZDF, 2020 So, yes! 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 Listen versuchen, wir mascülen jetzt mal hier! Se Maggie. So pile 2. Mach себе 1 Sex. So, yes! 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 Aber wir haben ja auch hier in ihr Wölkern schon, ja weißt? Ja. Das ist so gut. In Indien. Das ist gut, ja. Ja, der funktioniert noch irgendwie so. Nach dem Jahr. Schau mal. Das ist so gut. Verzahne, die älte ich wieder. Sie müssen noch freispielen. Ja. Dann kommen sie hin. Dann rein ich die Mama. Ja, mit dem Schirm, du darfst das nicht reinigen. Mama kriegt das Lieferung. Oder ist der Lieferant weg? Der Lieferant ist weg. Den anderen Schirm bitte. Nimm deinen Schirm. Nimm deinen Schirm. Den Schirm kriegst du auch durch die Tür. Den kriegst du auch gar nicht. Du hast das nicht richtig. Ja. Du hast das nicht richtig. Weißt du, wie da vorne noch zurückkommt am Ende. Kriegst du den aufgespannt? Ja. Wirklich? Ja. Na ja, zeig mal. Super. Na sitzt ja auch. Ja, Karsten. Ja, Karsten. Ja, Karsten. Ja, Karsten. Ich hab ja Hunger. Da hast du halt dann drüben mitessen. Wahrscheinlich sitzen jetzt drüben bei Angel Fretner. Und wir stehen hier und warten. Ah! 10 Kilometer. Schnell näher kommt! die wollten schon kommen moin familie hier drüben habe ich platz gemacht für euch den schirm ist aber kannst du den schirm ans rad hängen mama verkehrt an die pedale ein stück weiter rutschen ja ich hab sie sehen kann man gerade der lieferant er hat gebracht schon vor stunden gebracht das hat er vor einer halben stunden gebracht nein nicht hoch das ist nass alles nass Nein. Guck mal, das kappert. Wo? Du hast hier eine Decke. Oh Gott, das will. Du hast hier die Dreh. Das ist Klammer. Hopp. Du darfst mich mit dem Auto abholen. Mach doch. Jetzt kann er herkommen. Jetzt ist er wach. Flaschregel. Kommt er? Mann, aber bei dem Regen doch nicht. Herrgott. Was zur Hölle ist das hier? Was zur Hölle macht. Was zur Bauchtanz. Papa, weißt du, ich mach, ich mach dein. Oh, der war schön eingeregnet. Hahaha. Oh. Mal. Mal. Was? Dinge fangen mit einmal an? Hahaha. Oh, mit einmal. Mann, ich will einfach nur ein Gespräch hierfür. Ach so, Entschuldigung. Nee. Thomas, das ist überhaupt nicht möglich mit dir verliebst. Nee, ist es doch. Nee, Mann. Ich würde es mal scheiden lassen, wenn ich dich selbst wäre. Dann ist doch jetzt keine Baumscheibe hier. Jetzt setzen wir aber noch, oder? Oh, was ist denn? jetzt kommt sport hast du gefunden Und der zwölfste ist faul, und hab's aber schon, Angie hat dann, Gott sei Dank, hat ja auch Kronen mitgebracht. Normalerweise testet die Kiefer, aber ich dachte, komm jetzt, wenn ich nicht kann. Und du kommst jetzt erst dabei. Oskari, warte mal auf! Oh, oh, oh! Ein Eier sind da. Aber du musst erst mal, weil es ist ja, das Ding, du musst erst mal saugen machen, die Schüsseln gasinfizieren, alles ist ja darmonell, ich hab das nicht Spaß, das ist ja, weil es ja mit rohen Eiern gemacht wird, das Gerät. Ja, das ist die Kette, das ist die Kette. Beim letzten Mal ins. Nee, das ist alles, äh, ich achte da wirklich... Wir brauchen ein Geschirr. Wir brauchen ein Geschirr? Ja, du musst doch die Kiene aufpassen, dann kann ich sie mitnehmen und Geschirr untertragen. Nein, kann ich nicht. Mama, wir passen schon. Nee. Ich nehm sie nicht mit rein und trakt das Geschirr, nur wie soll ich denn das machen? Ja, da sind wir heute ja nur, äh, sind wir ja nicht so viele, die hat mir da so eine Wischung in der Ecke versteckt. Ja. Hier. Na, jetzt brauchen wir nur noch, äh, Schüsseln und so irgendwie was? Ja, schon gleich, unsere Familie muss bitte auf die Kleine aufpassen. Ich kann das jetzt nicht fragen. Jetzt haben wir was zu trinken. Ja, stell dich doch... Und äh, hast du eine Käse rein? Äh... Du musst jetzt, äh, Malis übersetzen. Käse macht man rein, sagt sie. Jawoll. Mama, Mama. Was ist denn da drin? Ja, dann hab ich ein paar mitgebracht. Äh... Okay, so wie nimmst du die Käse? Und äh, haben wir was zu trinken? Ähm, na, du hattest hier vorne was mitgemacht, oder? Ich hab eine Flasche mitgebracht, die liegt bei mir seit einem halben Jahr, weil ich weiß, dass du sowas trinkst. Und dann immer... Ja, dann hol ich schnell beim Kiosk ein bisschen was zu trinken. Kannst du mir... Ich hol es Schüsseln. Hast du mal kurz, äh, ein bisschen... Noch, noch mehr? Ja, was... So, hier. Pinunse. Pinunse. 5 Euro. 5 Euro. Alle 5 Euro. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Was machst du denn? Eine große Verwirrung, oder was? Ja, hab ich gerade eine Einleitung. Die Zähne reicht doch, oder? Ich hab keine Ahnung. Ne, ein bisschen... Irgendwas Besonderes. Bist du schon zurück? Hast du die Schlüsseln schon geholt? Also, du bist schnell! Du kannst die Verwirrungsschüsseln. Jetzt mach doch mal auf. So, sch... Schlüssel. Schlüssel. Ach so, ja, weiß ich doch nicht, was du da willst. Deutsch? Ne, das war irgendwas anderes. Schlüssel. 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 Habt ihr das verstanden? Ja, Schlüssel. Das ist eine Abkürzung. Schlüssel ist eine Abkürzung für Schlüssel. 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 Du kannst hören. Ja, aber du kannst dich richtig sprechen. Ne, 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 ne. Mal, mal, mal. Aber es hängt nicht zu den lassen, oder? Nee, es war nicht so. Du wirst schon den Käse haben? Ich bin müde, weil ich heute nicht so gut geschlafen habe. Das ist schon schwer für sie, dass sie so quakig sind und dann hat auch noch Torsten ihr Ball. Ich bin müde. Prost. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich habe nichts verstanden. Ich bin müde. 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 Jetzt brauchen wir noch eine Kelle oder? Ich weiß nicht. Tassen Wir brauchen was Zum Been. Ich habe keine Käserei in der Tasche. Nein, aber ein Schlüssel, das habe ich doch besprochen. Das ist immer lustig mit den beiden, oder? Aber Papa hat doch ein Messer. Guck mal, die brauchen sich jetzt einen Extra-Tisch. Mann, 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 ey. Ey, echt, Alter. Die können doch hier mit rein. Wollen sie nicht. Haben sie gesagt? Wieso? Wieso denn das jetzt? Geht's im Ernst? Ist zu klein. Ist zu eng. Nein, es ist da noch ganz viel Platz. Carsten, kann ich dir den Rest am 28. geben? Ja, ne, klar. Kein Ding. Ist das dein Ding? Ist das was für dich? Ja, irgendwie. Klar, sie tun was dafür jetzt eigentlich. Nee. Ich muss doch den Altar jetzt nicht. Ich muss ja nicht, ich habe die ja jetzt nicht speziell... Ja, ja, komm mal, jetzt kommen sie noch hier. Sehr gut. Was hast du denn? Was ist denn los mit dem? Ist der nicht gewohnt, oder was? Du hast noch nie im Bunker gesessen. Hier, Bunker. 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 Das stimmt. Ich will meinen Mund auch machen. Ich will den Eintopf. Hol mal den Eintopf. Hol mal den Eintopf. Hol mal deinen Eintopf. Hol mal deinen Cousin. Achso, den Salat haben wir auch. Ich will nicht nehmen. Na ja, so viele Schüssel haben wir nicht mehr. Die gehen ja immer irgendwie pro Essen eine kaputt, hat ich den Eintopf. Ich habe mal so viele gekauft. Ah, wie bei Muttern. Ich will den Eintopf aussi. Ah! Ach ja. Schau mal, Dennis. Mach nichts. Mach nichts. Mach mal was... Kannst du gucken, Lala? Du kannst den Kuckensalat. Ich möchte keinen Kuckensalat. Du kannst das zu Maffeln, der der Heimat kriegt. es gibt man denn es ganz viel es bringt ja auch ein bisschen maßlos denn es nimmt sich dreimal die salmonellen für den stärksten das steht und kaputt ist ja dann sind sie gut hier mal rein hier ist alles bei sich alleine zu hause die muss kochen echt und er ist und er ist er sagte man doch da ja aber das ist scharfen hier das ist ein scharf nicht heiß scharf kenne ich nicht papier peperoni scharfe papier wie hat er gesagt in den film kenne die lächeln jetzt ist es schon gestoppt ist alles so kannst du es bitte noch mal machen ja alle sie ich ja komm komm ja ist das yummy yummy so blumi wenn du willst wenn du willst wenn du willst dann ich nicht ich kann ua nicht gut stechen so dann werden wir noch Werkzeug erst einmal Skalien aber ganz wenig reicht schon das liegt sonst überall also die sowieso überall dann machen wir ja diesmal das ist schon anfangen ja was heißt das so scharf meint die kinder ach die haben doch jetzt noch hier sind doch so scharf ja so scharf na probiert mal ist es scharf gibt es noch eine gabe ach jetzt hör auf wie viel verschleißt du denn da drüben äh was denkst du noch ein paar Buchsack jetzt hör doch mal auf mit deinem Buchsack ich find's gar nicht scharf ach deswegen sind die so wenig hier wie wenn wir das ist ja nur kippen ja mach rein dann mach doch rein aber hier mit dem Kettel rein ich hoffe es ist auch zu klein ey das ist einfach nicht das letzte mal was haben wir haben ich hab's ja das letzte mal nicht gemacht der kommt dran an wo ist denn der Salat eigentlich die Soße bloß rück oder es sind alle durchgemengst mit der Soße wie leist der so gar nicht in den Kopf naja äh nicht für Brossilus zu trinken Wasser? ja die wird dann durchgemengt mhm die stirbt gleich was hast du noch gemacht? ich hab ja noch nicht hier so Entschuldigung na der geht jetzt nach Hause wach naja naja ne ich geh erst mal wahr und doch auch die mal zu gut sein wunderbar chao Was meinst du denn? Was meinst du? Ruhlen? Ja. Nicht er. Er nicht. Wer gekocht hat. Das ist nur Alice. Ja, ich schieb so weiter. Jetzt auch was trinken. Danke schön. Hallo. Bitte mit Nachweis. Ja, Fahrradzahlung. Könnte alles live sehen, wie wir essen. Was über die Käse? Gerne. Das ist doch gut, was wir machen haben. Wir haben hier einen Pferd, oder? Der macht ja nicht hier genauso weiter. Ja, gute Juni, ich wollte es leider von mir liegen. Ja, Unterwelten. Berliner Unterwelten. Einfach verreichbar. Nur ein ganz bisschen. Mh. Ich war am. Ja? Mama, ich bin mir noch ein Pferde. Das ist gut. Anouk, mach ihr ein bisschen rein. Da. Wo ist denn hier die Kette? Musst du drüber machen. Ich bin mir nicht. Hm? Papa, Papa? Tomate. Tomate. Ja, das ist ja ein Pferd. Am 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 Pferd. Das ist so gut. Eine Fleischweise. Können wir nutzen, bitte mal den Salat? Nein! Nein! Warte! Oh mein Gott, ich bin nicht mehr. Ja, aber ich war ein Torsten. Nicht Befehlsketten, glaub ich. So, und jetzt ... Man löffelt jetzt doch alles. Kommt doch nicht an. Was ist denn, Kinder? Jetzt brauchen wir noch einen Löffel. Jetzt haben wir einen Löffel. Ich hab da keine Ahnung. Man, jetzt Löffel, die Löffel. Mal, die sind so ... Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Löffel. Ja, aber du hast den großen nicht. Ich geb das nicht drauf. Wir brauchen Löffel. So. Ach, dieses Schleck ist ja Spitzeteil. Nee, das ist ja nicht. Das ist ja nicht mein erster Weltkriegsfagen. Das ist ein Schleckesbeschleck. Ja, dann muss man natürlich auch was von dem abwaschen, dass man sich damit nicht ersticht. Ja, aber dann sollte ja auch niemand damit erstichten können, weil wir ja in der Mittagspause im Graben nicht stirbt. Genau. Sollte man eben das Auge auswachen. Mhhh. Mhhh. Das ist heute das erste Mal genutzt worden von dir, Carsten. Gell? Und dein Kuchen nicht geschnitten oder ein Stück Kuchen nicht abgeschnitten. Das schmeckt sehr gut. Sehr gut. Der Käse ist sogar noch besser. Also, ist schon. Torsten ist das nicht gewohnt. Essen mit, wir würden es nicht. Hm, hm. Wahrscheinlich so, als würde man die Kerstin ein bisschen dialogen. Ja, gerne. Wobei, ich glaube, dass André auch wird's. Der Kerstin nicht. Wer magst du nicht? Wer magst du nicht? Der Kerstin. André und Kerstin. Ich auch. Die mag nicht gewürzt, oder was? Nein, der Tomatenmarkt finde ich zum Beispiel. Ach, die ist eigentlich gar nichts. Ich finde Tomaten auch geil. Ich will gucken euch. Wo? Die Tomaten. Balsamikum. Balsamikum ist nicht. Ja. Also, wenn die Kret ist, dann macht die Kret. Ich sprach den hier alle. Alles super, alles richtig gemacht. Für euch auch. Schmeckt wunderbar. Na ja, die dünen hier oben. Die kriegt gleich einen neuen Film. Oder was? Das ist doch gut. Wenn die Licht am Fahrrad ist. Sie denkt, das ist neutralisiert. Neutralisiert ist oder verschärft das die Situation? Ja, das ist nochmal so scharf. Okay, erst probieren. Der hat alles zu sich. Der hat alles zu sich. Der muss morgen wieder kochen. Neutral. Nicht, dass er wirklich schwach kommt. Wir haben die Wurzel und alles zu scharf. Mama. Wir haben das normales Wasser ohne Sprudeln? Sehr schön. Haben wir das normales Wasser ohne Sprudeln? Der Herr? Ne. Nur mit Spurli geht das. Wo wolltest du denn? Hast du auch ein bisschen Bananen gebracht? Ich glaube ihr es. Nee, sie kann das finden, oder? Okay. Na was? Ja, Lumi ist ein bisschen empfindlicher. Aber nun gar nicht. Spalli ist auch heiter. Ich liebe es. Wer wollte denn noch kommen? Wolfgang wollte kommen. Stimmt, der ist nicht da. Hat er regnet, hat er regnet, würde er morgen sagen. Wo war der denn? Na ja, das ist doch besser jetzt. Guck raus. Pumpt schon mal sein Schlauchbrot hoch. Denn hier, was? Ach komm. Mama. Guck da, der lässt. Wo ist denn der Käse? Der Karten. Käse kaufen. Ich möchte auch noch mehr Käse. Wo sind die andere Banane eigentlich? Ich mache das selber meine Käse. Wie wir? Ich mache das selber meine Käse, Mama. Ich finde es schmeckt sehr, sehr lecker. Wunderbar. Äh, okay. Jetzt nicht besser machen. Du brauchst so ein bisschen eine Mischung. Aber passt auf, also nicht, dass du dich da schneidest dran. Auch gut. Ja? Schmeckt so natürlich alles für sich. Sehr gut. Die Mischung? Die Mischung, ne? Mh. 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 hatte die fristet alles weg sind nicht weg ist ausgewandert ja nicht mehr zu essen denn das hat mir hier geschlafen hat er geht zum kurschen gehabt ratten sind nur gesellige tiere zwei oder drei waren vier und gibt das eigentlich hatte ich mehr also zeitlich hatte immer viel und was hast du mit ihnen gemacht die sind nicht älter als zwei geworden das war richtig ich mag die mischung nicht ich mag das schon einzigen aber machen wir mal ein wunderbar dein mund ist wieder voll scharf was heißt das jetzt ich trinke noch mal die bananen macht es jetzt auch bitte hier ich mache es ab nur du musst nicht die decke nehmen sie wischt ihre zunge ab einfach trinken das ist jetzt leer hat nun ausgetrunken da ist auch ein bisschen weiß was braucht man die freunde verlassen wieso und was macht er denn jetzt komm hier kannst du noch mal ein bisschen selten was ich hier rein machen kann bis gerade irgendwie irgendwas ja ich kann noch ein bisschen lösen aber jetzt das wäre das ist ich hab möglich der los der wird sich nicht superstrich dann hört sich nicht schlimmer bes пит ja dann brauchen die so schlecht wie man nicht kann wenn ich eine größere schüssel nicht besorgen eine schüssel und ein topf ein topf denn es kommt man ja auch für alle verwenden und nicht das empfindet ja nicht ich finde so wenn man ist das so gesehen oder wenn die macht du hast eine reingemacht er hat eine reingemacht meinte er es liebt scharfe gemüse aber du hast auch fast aufgegriffen Oh Gott, jetzt packt er die immer von mir rein. Ach, so viel mit Kissen. Und lecker. Na, siehst du? Ich kasse. Sie noch mal trich hier mal. Mama. Ich muss nur mal kurz warten. Hast du den Wolf drüben auch eins gemacht? Nee, da waren zu viele Geier da. Scheiße. Kriegt der Wolf nicht ab, oder? Ja, stimmt ja, der ist ja umschwärmt im Moment, der Geier. Echt, wer ist denn da? Na, Sharon war noch da und Markus. Wenn die das mitkriegen, dann ist das ja der. Das ist scheiße. Und der wird nachgestopft. Bom, eilig, na. Ja, war ich genau so. Wie so ein kleiner Uhrzeit-Dino war. Ja, der nimmt doch langsam so die V-Mann von Lüttbach. Kann nicht sein. Der wird immer runder. Also ich finde, der ist ja kräftig war, aber der ist so rund. Der war ja auch nicht so fett, der war aber so rund. Der hat so einen drungen Bauch. Ist das denn normal? Oder ist denn Krankheit? Das ist die Größe. Großkäse. Ich meine, aber guck dir doch an, ich meine, die Luchen dann so. Boah, du schwappst überall, wa? Aber der war ja nur am Bauch bei dem. Aber der wacht war ja nur 1,50 Meter groß. Ja, das war wahrscheinlich auch da an die Sturm, oder was? Ich möchte wieder Käse. War das dann ne? 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 Ich mach das. Ich mach das. Du machst ja an. Du machst es essen. Ja, dann war auch plötzlich doof, wa? Das Ding schnell. Du hast mal ungeschmäh gehört jetzt. Das ist gut. Das ist gerade hier, oder? Ja. Hat er denn gewonnen? Weiter. Wie weiter? Ja. Weiter. Was weiter? Jeder. Was machst du denn da mit deinen Augen? Ich bin so müde. Ich bin so müde. Ähm, was mach ich denn? Ja. Ich mach gar nichts. So reicht jetzt. Mann, ich liebe Käse. Du kannst ja dann nach nach mehr. Naja. Du kannst ja dann nach nach mehr. Du kannst ja dann nach nach mehr. Drückenbrot zu mir vielleicht. Ja, als Füller. Ne? Als Füllstoff. Wie bei der Pizza. Über Käse. Wie in die Hand rein gebacken. Aber guck mal, ich hab Käse. Und dann ist ein bisschen. Mh. 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 hat er mir gesagt dass er noch der bett dann selber aus dem teil war und dann heute ist umzucht morgen wird sein auto er wieder ab der aussieht staatlich angestellt das hat gesagt wir sind theater stadttheater nicht nicht kieler stadttheater sondern schließlich holsteiner schließlich stadttheater keine ahnung wir haben drei theater und lieben sagen staatsschauspieler ich bin oma geworden also von ihrem stiefkirche genau ich habe ja mal gesehen habe ich gar nicht gesehen die wiesen als die schwangerschaft ich dachte auch achte tatsächlich erzählt ja findet das also witzig wie sieht es anders könnte man sich die beiden geburt aussuchen da kann man das nicht ist das nicht frei wählbar heutzutage ist es nicht plug and play heutzutage alles ist nicht so wie bei denen wie nennt man das eigentlich bei den schuhen gibt es ein wie nennt man das richtig der alias zum beispiel die haben so einen geteistert haben die doch so irgendwie so genannt und die menschen in jedem detail zusammensetzen kann es dann so einen nicht deutschen namen dafür die farbe die schnelle die schnelle die sohle mit denen den farben und so ja so ein bausatz aber dann hast du meist customizer für babys ja das wäre doch mal was kann man dann holland sie sind auch bestimmte in der frage laufen weil ich da nicht so ein automat wo man dann oben wünscht wunschzellerin schmeißen und kommt das fertige produkt aus möglichst schon mit abitur die kommt schon als manager dann raus war ich habe die große kraft mit vollbart und ja was steht hier nicht ja und weh du qualmst hier wieder ach hör doch auf du wolltest ja noch was essen doch schon kurz in die ecke bei dir geil und keiner sieht es kann man jetzt auch sehr geladen ist nicht mehr so viel drin aber das ist der zwiebelmuster design der polnische und der bücker straße da stell dir mal vor du sitzt da in deinem laden irgendwann musste aber das nicht mehr genauso war und du und die leute wollen weit von dir genau in dem moment die menschen nach hause gehen können wir die frau darüber lüften ja aber war gut da muss man noch mal helfen das geht doch nicht vorsicht flasche das hat die grazile gelöst ach so auf mich gefallen es regnet nicht mehr auch so gar nicht also da musst du schon sehr schreien bei dir oder bestimmte wird sie aber sie hat ja sie hat ja so einen plack noch mal so ein bisschen wozu da ist wenn man jetzt nicht im kopf jetzt kommt damit torsten jetzt ist essen feierabend ja nix wo ich mache ich mache ich auch den leuten ist unglaublich kommt man weg kann sagen so arbeiten von dem leckeren käse noch was haben das ist jetzt nicht wie ein stück das ist eine ganze zeit schon darum gemacht stimmt ich habe mir hingelogen nein ich das jetzt alle wissen ausgericht jetzt das lecker finger von cast noch mit bei protein stadt vitamin die ratten folgen sich ja hier hatte er könnte die felge aussprechen und dann aus der dieses gegen dieses gleich nur die muss er lackieren und dann darauf und einspeichen und neu sprühen fantastisch er macht es morgen er redet so viel ist unglaublich aber wieder viel arbeit doch dann machst du mir zu viel arbeit ihm ist langweilig er sagt bevor zu hause sitzt am computer und kommt dann lieber her und macht aber macht sich selber haben auch ein rad von die vertreten die andere der wende hause ist hier sehr wohl ich muss zu kotzen davon wovon wir sind zu scharf gewesen ist nicht gewohnt die früheren strengen haben da gibt es unter denen die das nicht mehr suchen er kann nicht mit kohleleit aber und das ist ja besser als kartoffeln das ist ein currywurst willst du noch ein bisschen salat sie noch lange nicht fast food ist gefährlich das war aber wenn er gewohnt ist dann lass mal durch da wird es geht willst du gehen mit so einem beutelchen Nein, das ist gar nicht. Ergutin, schon wieder. Warum? Gut. Ach, Fahrrad rein. Da kannst du die Runde runter. Was ist das für eine Runde hier? Da könnte der Baumstamm runter. Der Weg noch hin. Auf die Nudeln raus. Auf die Nudeln raus. Nee, bitte nicht auf die Nudeln raus. Irgendwann ist hoch genug. Vorsicht, Arschkrampe. Arschkrampe. Er hat einen Fisch auf die Bote im Weg gestellt. Sitz, Thorsten. Wo ist Karsten jetzt? Karsten ist jetzt weg. Die Tiere? Aufgegessen. Du hast aufgegessen? Du bist besser. Morgen gibt es schönes Wetter. Aufgegessen, oder? Entschuldigung. Und da backen mal. Da backen mal. Kann ich auch gehen? Ich hab versprochen, dass wir einen Backtag machen. Und dann in Dauerferien. Weißt du, immer fragt man, backen wir irgendwas? Na ja, dann muss man das auch machen. Na ja, jetzt machen wir morgen. Und dann haben wir die Foodtasche alle besorgt. Morgen machen. Mein Wasser geht's heute für Kuhweiler. Nee. Er will jetzt die Datt runterbringen. Nee, nicht jetzt. Nee, das geht nicht. Später. Wir machen das später runter. Nicht jetzt. Später. Soll er anschließen. Er ist doch ein Schlösser sind auch da. Nicht jetzt. Um Himmels Willen. Das ist schon Quatsch. Weil das andere ist ja ohne Schloss jetzt, wa? Das andere nimmt er noch mit? Ich weiß nicht. Er macht das schon. Anschließen. Anschließen. Anhängen. Das ist eigentlich zu viel. Da fliegt nicht aus. Ich bin erstaunt aber, als Kommi da so total durchbleibt. Ach so, der braucht einen Schloss? Ja, ja. Da. Zum Anschließen. Das ist ihm zu viel. Er hätte ja nicht gehabt, dass du das jetzt anschließt. Was? Ach so, das wusste ich ja nicht. Das habe ich an seinem Blick gesehen. Manchmal muss er nicht mal was sagen. Er sagt das doch einfach. Ja, würde er ja. Das schließt doch an. Hier, anschließend. Da. Ja. Ich verstehe dich doch. Ist doch gut. Musst du nur eh mal sagen. Papa, bitte. Das tut ja so erklärt. Taubstumm. Taub und stumm. Wenn du hier durch bist in 20 Jahren, dann bist du in 10 Sprache. Ja. Aber wenn das nicht sprachig. Jetzt hängt es doch an. Ach man. Was ist denn los mit dem? Ich krieg deine Nudeln im Kopf. Morgen ist er wieder hier, sagt er. Ich schrie nach der förmlich. Bei Ohrenschmerzen. Ist aber auch präsent, wenn er da ist. Was ist denn fertig? Ich bin erstmal fertig. Und ich hab auch gegessen. Ich hab auch gegessen. Papa, ich hab auch gegessen. Lass sie ruhig stehen. Jetzt freut sie sich von. Ja, jetzt fündert die mich die ganze Zeit. Guck, guck, ja. Wieder was für die Ratte. Kannst du ein bisschen die Decke hochnehmen, dass hier nicht in den Nudeln drin liegt? Ne, ne, für mich nicht mehr. Letzt. So, jetzt Malis. Jetzt ist es für Skadi. Okay? Nein, nein, nein. Jetzt ist es für Skadi. Zwiebel. Sie hat nicht mal gegessen, Mama. Sie hat nicht mal gegessen, Mama. Nein, sie hat nicht mehr. Guck mal Malis. Oder Papa. Nein, 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 nein. Nicht auf die Erde. Nein, nein, nein. Guck mal, ich bin satt gerade. Ich habe schon ganz viel gegessen. Nein. Nein. Ah. Fein. Fein. Jetzt ist sie traurig. Weil sie mich füttern möchte, die ganze Zeit. Guck mal, aber... Du bist eine immer große Puppe. Möchte aber die Winde nicht wechseln von ihnen noch. Alter, die nimmt eine Leiter und dann oben mal im Mekalon. Boah. Die ist der echte Fütterer. Feed me, feed me quick. Möchte. 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 Guck mal, das ist gut. Möchte. Möchte. Die sind die Kinderartenhausgaben. Oh, die Nase. Nein. Ich krieg nicht mal eine Entschuldigung oder so. Möchte. Möchte. Später mal. Später kriegst du einen Newton-Grabstein. Ach, ich glaube, wenn wir irgendwann sterben, gibt's keine Grabstelle mehr. Das ist viel zu verschwenderisch. Spricht gut. Spricht gut, dann musst du ins Weltall geschossen. Ich sag ja. Baaah. So als kleine Kapsel, die besessen. Bum, weg. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ja, oder vielleicht frisst dich so eine Riesenhain. Oder Kompostent. Oder so ein Blauwale. Ja, Kompostent tun wir uns ja. Das ist schon seit Jahrtausend Jahren so. Klar, alle Jahre wieder. Wie? Na, die liegen im Kissen, du. Entschuldigung, du bist ja gerade oben in der Umigram. Ja, wo? Da geht's gerade ins Spiel. Hast du einen Tabak hier? Ja, hab ich auch. Ach nein. Soll ich dir den mal rübergeben? Ja, ja, ja. Was ist jetzt gerade? Nee, du kannst jetzt nicht runter. Okay, was los? Bist müde. Soll ich dir jetzt wegbringen? Na ja, dann auch gut. Die Decke nicht runterwerfen. Bitte oben lassen. Ja, alles nach oben. Oben, 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 oben. Oben, 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 oben. Ja, ja. Und bitte nicht die Nudeln zertreten so doll. So doll, nur ein bisschen doof. Na komm Kinder, ich bring euch mal ins Bett. Na, das ist gut. Nicht, dass die Ratte noch gelöchert wird von dem Beißen. Naja, ich mach das gerne. Ich räum ja eh nochmal. Du bist ja auch mal so. Nächste Rappe. Der Tobi bleibt bis zum Schluss und räumt alles auf. Wisst ihr wie das ist? Wisst ihr, wenn das bei Markus war, dann hab ich hinterher noch manchmal anderthalb Stunden aufgeräumt. Vom 6 Uhr morgens oder so ne Scheiß. Alle Flaschen zusammen gesammelt. Das ist eine Jahr, wo du gar nicht zuhause warst? Ja. Da war ich nicht zuhause, weil ich immer aufräumen musste. Da warst du schon vorher wie du siehst. Da warst du süß. Ja, Markus siehst du. Ich kann gar nicht mehr nach Hause laufen. Du warst nicht sicher. Ich bin doch sowieso nie erreichbar. Was soll denn jetzt? Ja, aber du warst ja auch nicht hier im Laden. Ja, manchmal war ich bei mir, ja. Kloppt ihr ab. Da kann ich mir erinnern, da war noch so ne Pornobeleuchtung. Und dann war das Mosaik. Ja, das war ja auch nur für ihn, ja. Für ihn ist es auch leuchtet, ja. Ja, das war das eine Jahr. Und dann hast du ne eigene Cloppy auch gearbeitet. Da hab ich ne eigene Cloppy unten gemacht. Ach du? Ja, das hat dich auch gelehrt, ne? Ja, aber eigentlich war das mal ganz gut, bloß. Jetzt kann sich nicht mehr dran erinnern. Weil so hat das mal gesehen, wie das ist, wenn ich nach Hause komme. Dann ist ja auch keiner da. Dann ist ja quasi, eigentlich ist das ja nicht so schlecht gewesen. Und da hat sie mich mal vermisst. Also man muss wirklich, bei Malis muss man konsequent zwei Monate nicht anwesend sein, bis sie das bemerkt. Ja, die hat ja die Kinder. Ja, genau. Deswegen fällt es nicht auf, dass ich nicht da bin. Der fällt ja gar nicht auf, wenn du nicht da bist. Wer fehlt dann eigentlich? Ach, weiß ich nicht. Mal durchzählen. Ach, der Alte. Na ja, der ist ja... Ach, wie die Kone da ist... Nach zwei Monaten ist die aufgefallen. Ey, wo ist denn die eigentlich? Dann hat sie mal angerufen, dann war ich nicht erreichbar. Dann war alles schlecht. Ja, aber das ist halt nicht hart. Komm mal hoch mit dem Zeug. Ja, ich hab gerade... Ja, ich sitz einfach hier alleine, ist okay. Ich... Das ging an euch jetzt. Das ging an euch jetzt. Ne, das ging nicht an euch. Das ging an euch. Das ging an euch. Bringt ihr ins Bett und kommen wieder runter hier. Wollen wir heute noch ein Porno drehen hier oder so? Komm. Aaaaah. Du siehst, wir werden mit der Lede kommen. Wir fissen uns jetzt. Vor zwei, drei Jahren. Krass, du warst die Nase drauf. Bist doch weitergezogen durch die Clubs. Vor allem so, guck mal, ich kann mich an einer rennen. Da ist, kommen wir dann so... Wie hat das weggekickt oder was? Hat das weggekickt? Weil... Mann, ich hab hier manchmal 70, 80, 100, 200 Pfandflaschen oder Flaschen hier... Warte, hab ich dir erinnert, was? Ne, naja, jetzt seht das ja, aber pro Tag. Das waren die erste Eingabe für den nächsten Tag. Ja, das war scheiße, war das. Mit Bluschrauben vor uns gedacht, ich hab nur... Und jeden Morgen und jeden Morgen, Carsten... Carsten! Und jeden Morgen... Den hier zur Begrüßung. Den oben drüber. Den oben drüber. Den oben drüber zur Begrüßung. Der hat sich ja alles wieder beruhigt, ja Gott sei Dank, ich meine... Hat er ja recht. Dann hätte die Kamera schon da sein müssen. Um Himmels Willen, denn das ist ja nackt. Das stimmt. 85. Da hätten sie, wären ja einige Leute überführt worden hier. Oah, so frischer Tat, ey. 85. Ey, da wären einige Schauspieler arbeitslos. Was hast du... Koks laser reloaded, hätten sie dann noch drehen können, oder so. Oah, ey. Koka reloaded. Koka reloaded. Ja, ja. Da hast du ja die Hotvoli ein und aus. Ja, aber da waren... Ey, guck mal, da waren schon geile Sachen. Auch mit dem... Als das Spaßmobil neu kam. Jede... Alles... Jedes Jahr gibt's geile Sachen, Carsten. Das vergisst du immer vielleicht. Vielleicht... Wenn man sich zurückerinnert, hat man natürlich jetzt die Highlights. So oder so, aber das war natürlich auch... So viel Platz hab ich gar nicht. Das war aber auch genauso langweilig an manchen Tagen. Das ist wie immer. Ja, da waren wir ja am... Dings hier... Na, grillen am Ufer. Ja. Mit dem Spaßmobil. Da hab ich das Spaßmobil plane drum. Was? Was für ein Spaßmobil? Na, ich hab ehens gekauft. So ein Vierkant. So ein Vierrad. Das hatte die an den Juden verkauft. Was ich an den Charon verkauft habe. An den... An den... An den... An den... An den jüdischen Charon. An den Hebräer, ja. An den Hebräer. An den Hebräer. An den Hebräer mit Schweinen. Oh Gottes. Und noch rumpster oder dann ist gut. Darf er doch ja auch nicht. Nein, im Verhältnis. Aber dann musst du schon ein Kessel voll machen. Kessel buntes. Wenn der Schau... Woll ich schon sagen. Ich schaue Häuschorun. Ich schaue Häuschorun einlässt. Hey, serious man? Serious? Ey man, ich scherze nicht. Ja, aber das ist schon... Klar war das, es gab witzige Dinger auf alle Fälle. Aber die haben wir dieses Jahr hoch und letztes Jahr auch gehabt. Also das gibt immer wieder... Ja, das war doch lustig. Da war leider keine Action-Camp dabei. Das war Blut und Boden, was? Ne, verwegen, da war nicht ein Tropfen Blutofenboden. Ein Tropfen. Ein Tropfen, bemerkenswert. Ja, dann ist ja irgendwo dazwischen, oder? Ja, das war gar nicht wahr? Ne, der hat sich nicht kontrolliert. Der ist wahrscheinlich ein Schmuggelarm gewesen. Da sind es nur ausgestockt. Das hat er gut gemacht. Der hat sich auch bloß im Vorderen zeigen. Hier hat er ja den Katrin hier hatten. Der war verdammt tief. Also der ist... Also da war ja so ein Knochen passt. Der war tief, der hat eigentlich auf den Knochen. Da hätte er ja natürlich eine dünne Arme gehabt. Aber der war... 1,5 cm war der tief. Da hast du überall das ganze Bindegegeber ausquillen. Ich kann mich erinnern. Ich hab's nicht gesehen. Das stimmt. Aber... Da hat sich ja muss die Vorderung der Fieser abgedrückt. Und so hat er nicht echt... Ich muss das ja auch gleich mal trainieren. Wie? Du bist als erstes die Wichte heben, Jan. Danach. Ja, das war ja immer. Ja, was ich mache. Warte mal. Bevor der Verband angelegt wird, erst mal... Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. morgen wieder Geboten. Ich habe Fsss das Gassen gesucht. Ja, aber noch vorher hast du erstmal интерес적으로 gemacht. Ich bin nicht pokolisch. Dann haben wir ja irgendwie gekriegt. cidaこんにちは, die war hier in der Knochen, die ist. Ich bin selbst und dachte immer dort für mehr Reconnaie. war also der von außen sah der sehen aus heilig aus stimmt schon mal so ein fort was kohle anrufe oder so gibt es ja schon weiter die mehr und das jetzt ein verwandtskasten hier zeigte mit dem verwandtskasten ich ruf an ihren wagen wo ich drücken muss ja das ist recht bring mal mit morgen verwandtskasten wenn er auch bis kristen ideo Das ist doch doch. Ach, ach. Das ist doch verwandt hier. Achsel, Arterie und Steinrinnen zusammengedrückt. Ja, bis dann hat es schon. Und den Mund. Jetzt geht's rein. Oh. Ich kann mir jetzt schon Folie fressen. Und hier waren auch witzige Gestalten, waren die ab und zu. Oder hast du ja häufig. Aber wenn ich mich noch erinnern kann, kannst du dich an die Olle erinnern? Das war so eine kleine. Die war so durchgeknallt. Die hat dich dann angerufen abends. Die meinte, mach mal, zahl doch mal für mich. Äh? Total verstrahlte. Was meinst du? Säuferlina? Nee. Säuferlina. Mach doch, zahl doch mal für mich. Die Polackin. Nee. Die, die Heino abgeschleppt hat, den einmal. Nee, die hat, äh... Die hat ein Kind, ja. Die kam hierher und dann wurde das Fahrrad repariert. Und du warst irgendwie angepasst, weil die so, äh... Wahrscheinlich hab ich das schon gerochen, dass sie verrückt ist. Ja, die hat auch nicht gezahlt. Die kam dann irgendwie nicht, äh, eine Woche lang. Und hat dich dann aber abends zu Hause angerufen. Und da hab ich noch mit dir telefoniert. Das weiß ich gar nicht mehr. Was hat's denn, ihr wollt? Weiß ich nicht, aber ja, weil's kriegt es auch nicht mehr. Ja. Kamera. Die Kamera. War nicht da. Kamera war nicht da. Ja, wies ich nicht. Ich wies so echt nicht. Ich meine, sowas verdrängig ist ja auch, ja, also mit Absicht. Ist ja auch nervig sonst. Ich weiß noch, dass ich mal den Eugen den 50 Euro hinterher geschmissen hab. Damit sie sich verpisst, damit sie mich nicht noch sauerer macht. Als sie ohnehin schon war. 50 Euro. Oh, nicht schlecht. Na, das ist ja, dass sie bezahlt hat. Und dann hat sie sich beschwert, nachdem sie einen Unfall hatte, dass das Schutz durchverwogen ist. Ach. Ja, als sie sich da irgendwie vom Auto herangefahren wurden. Kam dann hier an. Und hat einen riesen Aufriss gemacht, weil die Schutzfläche jetzt ja verbogen ist. Ich sag, was ist denn da passiert? Total zerknüllt, das Blech hinten drin. 45 Euro hat das gekostet halt. Also mit Montage. 30 Euro recht, 15 Euro mit Montage. Die Benen. Das müssen doch abkönnen. Vom Auto angefahren wurden. Hinterrad total zerbogen. Zermatscht, alles breit. Hat sich beschwert, dass das Schutzfläche jetzt verbogen ist. Das war doch gerade neu. Total verrückt. Und ich glaube, ich mein friedlich früher morgen um 9 Uhr haben wir da gesessen. Da haben wir ja noch ein Frühstück geben morgen hier draußen mit Familie und so. Stimmt bei dem, da war das noch, äh, da war das noch genau Ritual. Bis, äh, bis, äh, bis der Schimmelattacke kam, ne? Oh, nee. Nee, 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 der war, danach schon. Wir müssen das verloren. Den Geruchssinn hast du verloren. Ach. Ritual hast du verloren. Nein, bist du diese, äh, verschimmte Lussecke hier gefunden hast, meine ich. Ach so, ja. Hast du das nicht schon öfters passiert, oder was? Nein, jetzt. Also waren wir noch täglich beim Bäcker gewesen und haben dort, äh, Frühstück gekauft. Ah. Komplett. Jetzt haben sie auch bemängelt, dass wir das nicht mehr machen. Echt? Ja. Was haben Sie gesagt? Ich fragt, wo wir sind, weil hier fehlt der Umsatz. Ich mein, wenn du 30 Euro jeden Tag da bist, ungefähr, und dann noch immer ein Jahr nicht mehr kommst. Nur noch Brötchen holst du. Für ein paar Cent. Ja, dann fragen die sich schon, warum, wieso. Und das Geld fehlt ja am Ende nun mal. Ist ja nun mal fakt. Na, auch schon gesehen, wir sind nahlos, ne. Die kommen nicht mehr, die kommen nicht mehr. Und haben sie halt angepasst. Wir waren jeden Tag da. Und das ist ein, mindestens 30 Euro jeden Tag gekauft. Dort verdient. Das ist ein Monatslohn. Das sind 800 Funktionen. Ja, waren es. Locker. Locker. Also wirklich 30 Euro bei über 20 Euro hat schon das Frühstück, die jeden Tag gekostet. Das ist dann über 20. Und dann noch die ganzen Kaffeln. Da waren wir bestimmt. Und ich hab immer alle eingeladen. Hier auch. Das hier waren ja so viele. Kaffee, 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 überall gab's Kaffee. Ja, ich hab's nur gut an euch verdient. Und das waren mindestens 30 Euro, war's Minimum jeden Tag. Jeden Werktag. Ja, das hat so viele Dinge hoch. Ja, sonst haben wir woanders essen. Und, ähm... Ja. Und ich musste mal 20 Cent mehr für einen großen Kaffeebecher zahlen. Weil ich einen kleinen Becher, einen kleinen Kaffee in einem großen Becher. Wie sie doch mal gesagt haben, oh, du bist zur Stammkunde. Ja, kriegst du, kriegst du, kriegst du, kriegst du, kriegst du. Was ist denn du eigentlich geworden aus deinem Unfall? Aus seinem? Aus seinem? Aus seinem. Ich weiß noch. Der, ähm... ... macht der Schmäh, der hat sich den Anwalt gegeben, denk ich. Aber hat man geschmäh hört, was da los ist? Ja, aber hat man geschmäh hört, was da los ist? Nee. Ich hab bestimmt von dir sagen, der wird Schuld kriegen. Beinem überlebt anscheinend. wir haben überliebt die tod gefahren oder heute oder verursacht der motorradfahrer mit sozi aber er war links der flieger der motorradfahrer ist wohl nicht so weit richtig am ende von anderen von der u-bahnstation fast die landest du hast ein block war die punkt ist zum bio kompanien flogen das schlägt das ist eine menge nach irgendwo buch haben sie sucht war die kann sein dass sie nicht irgendwo hingeknallt ist während des flug dann will ich mal laterne oder irgendeiner irgendeiner typ jetzt sind ja noch ein paar palettes wurden durch herumfliegende teile haben sollen wir geschrieben echt ja von dem moped der feier alles manchmal besser die straßenverkehrsregeln soll meistens also die meisten haben ja gar nicht mitgekriegt zuerst das dann so sie mit bei war er da lag um die schrie die pfeife ich glaube ich habe sie nicht mehr kontrollieren und bestimmten wer lag der am spiel der motorradfahrer der hat nur gleich geschrieben das ist ja mal die bezeichnung dass er lebt das hat sich ja nicht um die kümmern die schwein sondern um die die maul halten und sich in der ecke setzen das hat man nicht so viel lernen schlimmer sterben tust durch video manchmal auf dem markt haben sehr wohl jetzt mit jahr zwei tote für die solopfeuer zwei tote am ende am am anfang von markt zwei tote am ende von markt fünf tote das ist so kriegt mir schon eine totale karavane die hells angels völlig aufgelöst die chapter weise alle die tot sind totes chapter von einem von einem türken dein gerabbt nicht zu fassen mann 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 was los zu filmen funsker sein und teufels genau da kommst du an die ist zum bäckerinnen und dann los 2 und kopfste drei brüchene ja 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 naja weil ich das natürlich erstmal positiv aber er hat echt angst gehabt das dauert Was da passiert? Ich hab's ihm gemeint, er soll ins Krankenhaus fahren. Dann kann ich mal den ein bisschen machen. Hast du ihm gesagt? Ich hab dazu ihm gemeint, ich wäre da gewesen, allein schon um mich zu beruhigen. Ich würde dann gleich einen Tag wahrscheinlich nicht fahren. Spaghetti Carbonara! Was ist das? Ich kann nicht. Wieso? Ich hab mir erzählt, dass der Tommelstudent aus die Frau gezogen ist heute? Ja. Und als sie ihn gefragt hat, hat er anscheinend mir Tommel gesagt, es sei denn die heute nicht alle verraten. Ja, aber ich habe sie noch nicht. Also ich nehme sie wohl, ich bekomme sie. Also ist mit Frau Spohle schon abgesprochen. Ich habe noch nicht unterschrieben, deswegen habe ich sie noch nicht. Das weiß ich nicht. Seitdem Frau Spohle überlegt sich irgendwas in ihrem Kopf. Man weiß es denn nie. Toi, toi, toi. Hoffentlich kriege ich's. Ja, heute ist er ausgezogen. Wieso hast du denn? Wieso hast du denn mit dem? Das ist ein Spaß. Der hat immer seinen Bass mega aufgeregt und hat seine Freundin immer so laut gefogen, ist das süß in meinem Fleisch. Ich hab den nie gesehen, aber ich habe ihn ab und zu überführen hören. Das ist ja auch nicht so schön. Wenn er seine alte Gefühle hat, war das irgendwann durch. Und dann hast du plötzlich wieder... Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Irgendwann ich wundern. Du meinst, ey, Typ, ich hab dir dreimal gesagt, das ist ein scheiß Bass lauter Stelle. Vorher hätte ich irgendwie im Orchester gespielt, der hat zu Hause gefunden, der mich nicht gehört. Und? Das ganze Haus wird deine Freundin auch jammern. Ist nicht mein Ding. Es kann auch zwischen euch saukool alles okay sein. Ich hab das kein Wort zu hören, weil das ist wie mega weird. So, der normale Bums kann ich mit leben, aber das ist echt ekelhaft. Weil so, ist ja so knallrot. Und man so, ja, okay, ist sehr cool. Dann haben wir das ja auch geklärt. Und seitdem beide immer so, hallo, grüße sie, hat mich auch gesitzt, aber mach ich was vorsichtig gesitzen, Alter. Da muss man ja nicht auf den Sack gehen. Wahrscheinlich in den Popo hinein. In die Ohren. In die Ohren. In die Ohren. In Gottes Willen. Du bist nix zu essen da, vergiss es. Carbonara! Oh, äh, hier. Äh, Tomatensalat. Vegan. Um Gottes Willen. Ja, quietschen aber so aufhören ab und zu. Au, au, au. Wieso? Hat der da mit einem... Hat der hier so... Nein, ach, hör auf. Hat der so am Boden, um einigen... So, ist er mit Strom. Ja, jetzt hat sich in der Auge schrieben. Ach, mach. Tja, das ist ja auch egal. Also, man hört man... Man hört man auch nicht hinten unbedingt. Ja, aber man hört es doch nicht, wenn man hinten das abseht. Wisst ihr, nimmt da Leute, die hören sowas gerne, wenn sie das an, machen daraus Telefonsext. So quasi. Oh, geil. Ich muss nicht mal bezahlen dafür. So. Aber... Ich hatte mal eine Olle, die hat so gebrüllt, zeig ich dir. Da standen sie alle am Fenster wieder. Da hab ich den Maul zugehalten dann, wa? Das fand die auch geil. Das fand die noch keiner. Oh, wenig Sauerstoff, dann ist sie richtig gekommen. Christine Popp, das werd ich nie vergessen. Hör doch auf, ey. Das war wirklich schlimm. Die hat so... Und dann... Und ich fand sie irgendwie nett. Da war ich noch... Da warst du noch jünger. Da war ich noch jünger. Aber die war dann so noch, dass ich dachte... Oh, weia. Jetzt denken die Dachbarn, dann... Die denken, hier passiert noch ein Tonschlag. Ja, und dann kommt die Polizei hin und du drückst dir grad die Fangs in die Fresse. Genau. Auf jeden Fall hab ich die dann immer gepnebelt beim Vögeln. Ja, genau. Da hab ich gleich ein Rollenspiel draus gemacht. Und dann hat die aber fast keine Luft mehr gekriegt, wa? Und dann musste sie den Knie aufmachen. Jetzt hör doch mal auf, hier. Ohne Scheiß. Und dann hab ich aber die Dachluke und alle zugemacht. Boom, boom, boom. Das ist ja immer schlimmer. Und dann sind wir... S.E.K. Ich hab die Spaß angemalt. Genau. Und dann sind wir in... Das war echt... Das war korrekt. War das... Christine Popp. Christine Popp. Du bist ein Quatsch, Popp, ey. Du bist ein Quatsch, Popp, ey. Popp, Popp, Popp. Joa. Joa. Der Spitzname war Poppy. So unterhalb. Das gab's noch in den 90ern. Nee, beim 80ern. Das hat man damals noch nicht so, äh... Verwalt ist wie heute. Ja, das war so, äh... Die Zeit von... Warte mal... Ja, kennst du... Hier gab's so diesen... Schwuckungssänger hier in Terence Turn Darby. Kennst du den noch? Nö. Nee? Und... Ich kenn's DVD. Die gab's... Ja, der war ein bisschen später. Und da war so eine andere Schiene. Freestyle. Siehst du? Ja. Ja, die stehen da drauf. Ja, die machen... Manchmal machen die schon komische Geräusche. Die war ich jetzt schon. Au! 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 Ein und... Manchen grunzen sogar waren also mich ein bisschen komisch immer! Himmel ist ja ich nicht von hoch. Hab ich dann von mir... Playing lightschen... Was für groß gemacht? Ja... Ja, ich brauche mich zu. der sammert aber nicht gerade er riecht ich habe den zu verwöhnen gegeben dann ist er nur so voll drauf folgt ruf nur nachvollziehen ja ich will doch nicht jeder wissen jetzt es war der herzprobleme nicht der wichtigsten solle ist zum beispiel gleich drin ist der kanal team diese doch jetzt jetzt so kriegst du nur über fleisch ja genau also ich weiß nicht ob es eine alternative dazu gibt von beiden mucksack tabletten tabletten ja okay karlitin tabletten das stimmt das ist ja wichtig für ein stück ins besondere wichtig würde für der herzmuskulatur dr hörner spricht 24 gramm alleine merken kann dann diese herzmuskulatur also das gerettmuskulatur jetzt gehört ja auch dazu diese aufhängen davon speichern und das ist schon wichtig dass man sich das ist sonst ja ich kenne aus der reserve irgendwann herrn ist ja das stimmt ich glaube ich bin mir auch nicht sicher ob bei also zum beispiel du kannst katzen kannst du definitiv nicht vegan oder vegetarisch ernähren geht mit das ist auch viel weil wir wissen jetzt sind drei reine kann nur fleisch die brauchen keine kongenhydrate in dem sinne jetzt sind reine fleischwasser bei hunden geht es dass sie denen auch an der frise aber ich glaube dass die fleischbauer ist ja ich weiß nicht was viele jetzt geben gibt aber wo kriegt er denn sein ein weißer soja erbs neu war es gibt es noch neu bist du war so überhandspann gibt es auch noch und dann beim ersten mal hat er irgendwann nicht so die klinik geistert ist und gesagt nein das ist ja richtig aber er hat irgendwann er hat sich ja und eine sendung an die kopf und dann haben wir das hat ja ja ich würde auch das haben die guter herrn aber mehr darüber erfahren warum viele leute gerne machen das so warum man natürlich weil der große unrecht ist ja nicht sagen naja wird das ja erst mal das erste große unrecht oder für essig fleisch buchst du ja ja außerdem das sind die lauze hatten uns zum beispiel mehr keine produkte anbaut da muss der aufwalt gleichgewicht ist ist der mensch wenn der mensch einfach rückgängig ist dann wollen wir so viele die tiere schlachten und halten wir können ja jungen endosen jungen endosen die frage war eine dosis jungen aber ja das macht ihn wohl der mensch eine jungen doos also die ganze pressen wollen wir ganz zu pressen und alle das ist schlimm aber den menschen entspricht jetzt hat sich schlimmer nein secken wir noch die alternative und ich glaube zum beispiel dass in sechsen das sind ja wahnsinnig probleme schmecken auch gar nicht schlecht das ist genießbar es gibt ja so kann die wahlen die fressen ich habe jetzt mal irgendwo die drei abstufen von kann die wahl ist kann die wahl er ist nur die augen und schmeißt das weg aus dem hauen macht so ein programmiert schon mal ja war also muss ja nicht alle zu lassen könnte aus der hau könnte natürlich auch mal eine große machen machen markise mache ich war nicht im handel oder markise zu rufen abholen von so einem ganz fetten wenn es in südter spaß menschen bei müssen wir mal so eine wette massen speichern menschen die 300 kinder schmetter links an damit ihr auch noch recht willst du kannst hier noch gucken wenn er jetzt von so einem 500 kilo typen das abzieht und haben sie ja mit elfenbein hochgemacht elfenbein haben sie ja wie dings sagt es haben sie ja spaltleder fand ich gut spaltleder wurde in so eine links in so ein gebad eingelegt und hat es die möglichkeit das wollen zu können und dann hat sich das später wieder zusammengezogen also so vom vom genau das ist ja im prinzip das selbe wie nägel also da ist ja irgendein kolorien zeug drin oder was weiß ich genau und wenn du das in scheiben schneidest in dünne fibrin genau fibrin dann vermute ich dann legst du das in irgendeine laune ein dann wird es weich und dann kannst du dir richtig rollen wie ein stück teig elfenbein ja aber das ist doch zahn also das ist ja und bisher sondern bisher zahlen du meinst vom ja es ist zahlen aber es ist letztlich ist es auch hohen nur hoch verdichtet ist das wort letztlich gefallen zahlen ist nicht auf 11 das haben wir das ist doch musik es sind nicht die team aus unserer wahl sind und ja das ist ja richtig bei insekten aber es sind nicht das gleiche material aus dem nägel also das horn halt im weitesten sind dann müssen wir mal nachlesen ja da kommen wir jetzt so viele machen wir denn jetzt gerade bei der marquise dann kannst du die aufrollen und das hat sie spannen und dann hast du so dann hat vermied dreimal drei meter markise das schreibt man dann auf rum und er der baltischen handelsflotte ja weil ich jetzt würde markisenteil man ja muss ja schon menschen finden was ist denn hier ein helles böse nee wie nee ist jetzt so eine gleiche gedacht wie ich oder wie sauer als Zitrone irgendwie ne ist sauer als Zitrone ein bisschen hau ich liebe den Geruch ey ich frage mich warum gibt es so ein paar föhlich war aber es braucht so gar nicht so klar also jetzt nicht so ein paar für aber das ganze diese diese destillierten höhle die kannst du die kuchen davon wahrscheinlich unwahrscheinlich teuer die schale ist ja wieder teuerste von hummer ist die hummer essenz ja man ist ja nur drei pressen drei hummer pressen wurden gebaut irgendwie von christophel 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 kummer pressen und das sens des homers denn damit ganze verfügung stehen da kommt der jungen hotel muss halt in das hotel abend gehen da haben sie einen dinge haben sie mal bericht drüber gemacht ach da kann man für einen scheiß alter gibt es immer kieser aus menschen heute hier ist es wie gepresster diamant oder was ja das ist ein riesen aber so ein teil kommt der homer ins der wettvoll verdichtet total bisher nur noch so groß ist ich habe keine ahnung dass der rümer tabletten ich weiß nicht was da ich bis noch nicht mal mehr was hätte das jahr zehnte erholt wird hier sehen ab wo wahrscheinlich wo sie aber zum bericht über totell adlon als er dann auch gemacht haben neue und das ist ja schon ewig her die essenz des homers habe ich mir gemerkt und die neue da war ich ich war dort als die neue aufgemacht haben da habe ich auch nur ein bums und toiletten und schweiz war ich war auf der inoffiziellen öffnung vom hotel atlant wann war er denn in 98 muss das gewesen sein also ungefähr 8 und 8 und 9 wenn man noch nie doch 98 stimmt 98 das ist der kind jetzt bald volljährig es ist jetzt volljährig ich war ja mit der frau war ich auch zusammen wir sind im abland und macht nur glaube ich machen wir hier und da war keine homer aber so wird der johann hochzunehmen was weiß ich drei stückige hier mit mit konfekt und solch nur anthropologen antropologen antropologen ja also so wie kriegen und etwa zufall weil ich habe den kurator dann vom hier vom hamburg museum und der wollte eigentlich hin und ist aber krank geworden dass wir einfach mal die eintrittsparte für die blätter heben also aktiv zu der teile kam dann so vorne wer ist so und ich bin irgendwie so gelacht bin ich glaube ich noch nie rumgelaufen das war schon pflicht dass sie da irgendwie aber ich hatte so nachgefahren und beste an irgendeine jungen weste wahrscheinlich und die hatte tausend farben waren natürlich genau die war aber geil auf jeden fall gab es da auch die fressen und gefügelt den lassen und gefügelt und gequatscht mit antropos antropos warum machen naja antropologie ist ja nichts anderes als die lehre des menschen genau die lehre des humanos und da teilt die biologie und antropologie zoologie und botanik genau und das ist zu hoch das feiern programmiert für die leute die haben aber relativ schnell zugemacht werden zwölf war das schlicht oder was da ging nicht wissen die punkte man zum hotel macht zu die öffnen zwei und wenn er wenn sie muss sollen und selektuelle und schnacker gespeichert ja und genau das war nämlich alles alles gelagene gäste aus kultur bildung und die waren alle dort nicht war mittendrin obwohl ich also was überhaupt nicht gemacht habe du bist ja ein serialer gewesen wäre aber ja du bist liebe du bist lieben das soll ich noch haben besser da haben sie doch bestehen musste nur auspressen ich habe noch nicht mehr als schmerz des schmerz des schmerzs schon bei der kohle kohle dazu und dann zähle putzen ja jr macht man nur in der damaligen rung konsumiert oder läuft dann ist man einfach mal die wetten trinkohle dazu und dann putzt man sich die zähle und dann legt man sie in haribo ein die zähne die thomas gottchein deutschland schön probos wollte nicht lamborg rammburg das stimmt wusste der torsten hier mit seiner woanders essen aktion der wollte hier auf die frühe war hier hat er auf den diensten die macht an der tisch an der stelle tatsächlich aber weshalb ich glaube nicht gewohnt dass das hier so ist das hier ist alles so eng zusammen an den tisch finde ich finde es auch da drin hinsetzen können aber ich finde gut so ja das sieht man ja auch nicht gut so oder ich kann das akzeptieren aber du findest doch scheiße in die scheiße würde ich nicht sagen aber es ist natürlich hier du liegst ja auch so in da bei dir das ist alles gut und wenn du hier bist weiß ja bei wem du bist dann ist es so du hast du ja auch schon drüber am tisch ist es nur die ersten aber ich fand in dem moment weil ich das so richtig gemütlich ergeben hier ist aber es ist jetzt überlegt man du hättest so eine große arthur runde tafel hier die hatten wir doch wir hatten wir doch das hatten wir doch schon gehabt dann willst du ja noch mal so mal so ich finde es nicht schlecht man kann das sehr viel platz war und dann hättest du so viel platz wie heute hier waren fünf damals ja ich habe glück gehabt ich habe mich überwiesen werden wir wissen bei uns der der sitzplatz war gut und sie wollte ich hatte das jetzt schiss gehabt glaube ich kommt hier also dunkel vorstelle die kriegt ein dunkel ich sehe ja manchmal nicht dann schwirren ich bin mal hier entlang laufen und draußen irgendwie so nicht so hell für so auf und dann steht da maria und guckt so ein dunkel und das war es also ich habe nicht gesagt ach hallo karsten oder so und das hat mich auch deutlich erkannt weil es ging erst mal dass das so das du es dann nicht war also wenn ich noch einen halben meter größer gewesen wäre und noch ein meter breiter wäre dann so reingekommen das ist ja der schwarze der schwarze tot hat die alle die schweiz ein dunkel die momente sein ja genau ich habe ich auch mit haus oder an mit haus und markizieren all dein gold nehm ich mit nein nein ich werde aber in der hand wir werden wieder auf mich stand Das stimmt doch, wenn die wach geworden, die Alten, ist ihnen das scheißegal, ob das Licht oder dunkel ist. Da kommt noch der Jutta zu. Oh Gott, mit des Willen. Wie bei Dings, wie bei, wie heißt der hier bei Boris? Diese Zigeuner, diese Schaubonde hier. Wer ist denn das, Boris, dieser Komiker? Kennst du den? Borat, genau. Hast du den Film gesehen, Borat? Kasachstan. Am Anfang, wenn sie mit diesen Jungen, also die da durch die Gassen treiben, diese dicken Köpfe da. Das ist so geil. 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 jetzt habe ich dir angekündigt und komme dann am 7 bleibe ich da über nacht und fahr dann den tag darauf morgens weiter ich habe dann aber anders meinte ich so naja ich habe einen kleinen anschlag auf dich vor ich fange am 5 meine spanien tour an rocco für schließt bist du waren einen tag später anschlag in spanien natürlich ja kannst du auch nur so eine rede wenn du gebrauchten sind ja wenn sie schon manchmal nicht morgen die ganze welt wieso ist irgendwann passiert habe ich mir die kritik ja so selten nachrichten menschenmenge waren im auto durch den lieferwagen durch die breite foto ist natürlich wieder zermatscht den kind und wir suchen sagt 13 tot und über 100 verletzte richtig im zick-zack-kurs ist das ist wirklich verrückt man glaubt ja nicht mehr warum warum richtig hier menschenleucht steuern lassen wir kommen auf der anderen seite irgendwo wenn er ist auch so ein bisschen signifikant wenn du guckst wo es sich hier anstehe england deutschland frankreich ist ja wunderbar das ging hier und davon schweden in finnland wollte irgendwas da wissen sie nicht genau aber der präsident hat sich auch schon die machen wir da bis morgen nicht weil sie an die das friedlich eingeschwert haben hätten sie dich nicht ein spät endlich an salin darum gekümmert er hätte die alle dabei entschuldigen ja nicht passiert ja ja der hätte sich schon mal in der schweiz ja warum man nicht in syrien sind jetzt sind die länder die da sind ja ja Aber die waren jetzt organisiert da in Spanien hier. Ja, wenn er was machen will, wenn er keine Splittergruppen sind, so funktioniert es ja auch. Nur, das findet keiner raus. Das findet keiner raus. Dann muss ja einer reden von dir, musst du ja infiltrieren. Das findet keiner raus. Dann wird maximal aus drei bis fünf Leuten bestehen oder so und die behalten das für sich. Die hat hier völlig autark, völlig allein. Da kommt keiner ran. Da kommst du nicht ran. Und ich muss nicht, dass das funktioniert. Aber ich weiß nicht, dass in Barcelona durch war, die haben das so gemacht, die haben dann irgendwie eine Message verlaufen lassen, dass Geissen genommen sind, wahrscheinlich um die Bullen zu verwirren. Dann haben sie einen festgenommen, einen haben sie erschossen. Der Typ, der das Ding gefahren hat, ist auf der Flucht. Und dann haben sie 100 Kilometer von Barcelona, sollte anscheinend parallel zu einem zweiten Anschlag passieren. Sonderbar fünf Typen, alle mit Sprengürtel, nehmen sie alle fünf umgemäht. Also so zuerst, also Autokontrolle angehalten, dann sind die raus. Und da gab es dann Schusswechsel, alle fünf getötet. Ja, das wundert mich, wundert mich auch. Warum kriegen die nicht einen einzigen Leben, damit die mal irgendwie ein bisschen dahinter kommen? Ja, das ist wirklich... Die ballern die alle weg, denn das ist doch Quatsch. Das machen die doch bewusst. Na, das krieg mir nicht vorstehen. Du musst du, wenn du so... Ne, der hat einen Sprengstoffwirbel um, also ich meine, solange da kein Pulsmesser dran ist, oder diese Pulsfrequenz gekoppelt ist, zack, wenn der gut ist, dann der Puls oder bing, dann... Ich war bei Halk gesehen. Ich war bei Halk gesehen. Und dann tauchst du den, tauchst du den wieder auf? Aber ich glaube, wenn du mal endlich ein wirklich Leben... Dann wissen sie den ja foltern, bist du mir nicht mehr. Wir müssen den foltern. Wenn ich glaube auch wirklich, dass... Gibt es aber heute auch genug, war ich sehr, sehr, sehr rum. Sehr rum. Sehr rum. Sehr rum. Sehr rum. Sehr rum. Sehr rum, ist die Mehrzahl von Serum? Wie hießen diese? Ist ja zum Beispiel der Seelenbrecher, genau, da gibt es ja auch hier so... Das ist ein Theaterstück. Das war jahr. Dzw друг. Echt? heute nicht in der situation naja aber auf jeden fall glaube ich nicht dass sie alle so viel voneinander wissen kann wenn ich vorstelle wenn ich machen würde ich würde halt ist so aufgebaut dass leute werden bei der rf aufgab dass die zellen das funktioniert nicht so und dann darf kann ich mal hier was wissen sonst bringt es ja alles in gefahr ist in etwa du könntest du jetzt nicht so ein blick in die struktur bekommst wir noch nicht mal also wie es von stadt glaube dass jede zelle auch wenn sie auch tag jetzt gleich funktioniert natürlich und die wissen aber nicht wie sie funktionieren das ist einfach so einfach ist oder wie wurden wieder die waffen herkommen das ist natürlich wieder eine andere ja aber wie gesagt das ist ja auch alle gewollt das ist ja auch also die die stört das sind ja leute die wir ja leute die irgendwo da oben sitzen also stört es ja ja nicht wichtig ist ja wichtig das muss ja so sein damit alle im gleichgewicht bleibt hat es genauso wie hier die ganze spalterei volks spalterei links und rechts und alle findet alles nicht mehr wäre manchmal wenn der kinder war wo sie auflegen kann da konzentriert man sie ganz andere probleme ist alle die wollte das alle wichtig sonst fließt sonst wollte er wohl nicht mehr als er und alex muss ein bisschen blockieren bin schon blockiert also von unten rum recht das ist eigentlich schlimm ja ein paar schnitt machen da sind ja da sind ja da sind ja nach einer opinelle nummer zwei dabei ein krank zieht die wette schönen sauber macht mein zieht mein zieh-onkel hat die schichte vom zionkel hat bei der geburt seines sohnes dem arzt hinterhergerufen wenn sie sie zunehmen waren hat am schnitt immer das steht da dafür sind jetzt losgeputzt ich hab nur was vergessen am späti du wusstest dass ihr mit der spad schon läuft oder so äh du kannst ja Carsten hat gekocht heute mal kochttag, aber das ist schon älter leider aber immer noch genießbar ist heute mal zum tach feitag ja Alex ich hab dich am Donnersau auf dem Balkon gesehen Ich habe gesehen, dass du da sitzt mit dem Laptop um den Schoß. Ja, ich habe von zu Hause aus gearbeitet. Ah, vorne hast du gekauft. Hier kommen wir wieder. Oh, ist ja nicht schlimm. Ah, der Alexei. Wird ein bisschen fanny, der Junge. Naja, wenn wir arbeiten hier letzten Tag mit dem Laptop, bin nach halbem Sonne am Arbeiten. Ah, Alter, ich hab nicht Spuren. Ich hab nicht Spuren. Oh, willkommen, ohne Geländer. Und wird auch noch heiß. Klacktschwumm, und wie liegste? Konzentration ist da gefragt. Ja, jetzt nur keinen Steifen kriegen, hat er gesehen. Was fällt denn denn da? Guck runter. Wo wurde ich? Ich denke, er liegt gerade ohne den Wind da oben. Oh, wei, oh, wei. Ich bin da ein bisschen enttäuscht. Das ist ja Wolfgang Wally da. Was soll ich mir da vorbeibringen? Können wir ja mal in der Flasche abkürieren, dann kann er trinken. Das ist nicht. Ich muss jetzt jede Höhre setzen. Sabbat an die so viel. So, ich fahre jetzt noch ein bisschen. Ja, das ist für morgen. Komm, warum noch mal rum? Wollen wir noch mal einen zweiten Gang? Ja, das ist der Tommi, so ein Zerl. Wenn er Bauchschmerzen hat, dann hat er wirklich eine Höhre gewesen. Nee, 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 wenn es ihm gut geht, dann macht er jetzt mal einen Platz. Wenn du versuchst, dass er eine Option, das wird annektiert. Das ist ja vorbei. Wollen wir uns anmelden, wir haben schon. Ich verteile, teile. Die Tafel ist doch nicht. Ich verteile, dann mache ich gut. Dann ist es ja leicht zu fliegen zu stellen. Also mit wenig. Ja, aber wäre schön, wenn ich die, wenn ich die, wenn ich meine Garten und die Kippe schiebe. Ey, jetzt hör auf zu jammern, ey. Vor allem, das gehört nicht mehr, das gehört dem Wollen. Wollen wäre das auch schön. Das Ding ist, ich habe mal ein Einkauf in meinen Mülleimer getan hier. Und nasse Ponche drüber gemacht, wenn das jemand rauszieht. Das sieht aus, wie sieht das aus jetzt? Das ist Tomatensalat. Das ist Tomatensalat, das ist Nudeln. Das ist mal so so. Das ist eine psychedelische Droh. Das haben wir schon mal gegessen. Darf ich, ja, da kenne ich auch einen Witz zu. Darf ich mir jetzt was einpacken? Wie, mach denn zu und nicht mit der Schäcke? Nein, ich bin jetzt mal mit, so einfach so. Bring mir den Rest morgen wieder zurück. Ich glaube, Alex und Dings war ein Hof da. Und Andrea, als wir die Kippen waren. Und die Kippen waren da, ja? Ja, von mir ist sie nicht mehr. Alex hat jetzt nichts mehr. Mit den Kippen haben, der Herr war da vorne, ja. Nee, aber der Hitz geht irgendwie so. Da sitzt ein Typ an der Bank. So schläft irgendwie. Vorhin sitzt so eine Schale mit Erbsen, einen Topf. So, und dann setzt sich einer dazu und beobachtet den so. Und dann schläft und der Erbsen, einen Topf steht da vor ihm. Und dann zieht er den so langsam rüber, guckt. Und dann ist den Erbsen, einen Topf. Und dann unten eine fette Spinne. Und der boah, kotzt wieder alles rein. Und dann sagt der Typ auch, sagt, naja, so weit wie die Kupps. Naja, nicht schlecht. Naja. Der muss erst mal ankommen bei mir. Oh, ja, warte mal, der war doch schlecht. Wenn du unglücklich hängen bleibst, ne? Der macht das ohne sehr rein. Ja, ja, ich mach das. Ich mach das ohne sehr rein. Ja. Nee, naja, mach das da oben ohne sehr rein. Mhm. Jo-Blo. So-ba. Jo-Blo. Okay. Ist ja wirklich so. Jo-Blo. Ja. Jo-Blo-Job. Macabre. Macabre-Rabre. Watt Macabre, aber jetzt leut man die Hände. Für die Party, wo wir haben wollen. Ja. Nicht sowas nicht klauen. Ich hab meine Vergangenheit hinter mir gelassen. Du denkst ja hier rum, jeden Tag. Das ist so. Ja, Alex, was gibt's sonst, Leute? Außer schlechte Witze. Sag mal, kannst du den Buhlplatz auch kaufen? Ich such mal jemanden, der eine Buhlhalle aufmacht. Mach mal. Die bei der Stadt. Nee, die ist so offentliches Land. Aber das steht jetzt. Ja, dann könnte ja sein. Überleg mal, du würdest das privatisieren. Boah. Das wär gar nicht schlecht. Und vielleicht hat ja... Ich zieh ein Zaun drum, mein Gott. Vielleicht habt ihr genug Knatter aneignet. Haben wir alles so gemacht. Einfach auch einleitend. Einfach auch einleitend. Einfach auch einleitend. Fällig noch. Nee, das funktioniert nur so wie... Blatt machen, Hochausdruck bauen. Funktioniert nur so wie... Mit Wuhlplatz jetzt. Ja, ja. Ein Pettersbullying. Oder ihr macht so ein Plateau-Bullying. Also so auf 5 Meter Höhe, wa? Das ist ja gar nicht schlecht. Also so einfach so... Wie so ein großer langer Betonblock. Und hier steht dann da drauf und spielt Buhl. Und guckt auf alle anderen herab. Oder ihr betoniert das also und macht ein paar Plätze draus. Und dann kannst du dir... Statt der Eigentumswohnung... Frag doch mal einen Dreh, ob du noch ein paar Mäuse übrig hast. Eventuell. Ich frag jetzt gleich mal, ja? Ja, genau. Warte nicht damit. Warte aber auch nicht so lange. Nee, nee, nee. Du musst das jetzt machen, sonst vergisst du das wieder. Hey, tschüss, Verrückte. Ja. Was für ein Witz? Nee. Hey, ich hab aber eine Frage. Und zwar, wisst du, warum die Kinder in Afrika so dicke Bäuche und so dünne Arme haben? Nee. Weil sie zu faul sind zum Arbeiten und zu viel fressen. Juhl, alles klar. Das ist wirklich der Witz, den gibt's noch. Hier willst du eine Limone mitnehmen doch. Ich dachte, den hätten die ausgesonnen. Ja. Was soll? Was ist denn mit? Nein. Oh, da war ja noch ein Obischnitten. Wir machen jetzt mal einen schönen... Ja, schieb's dir die einfach rein. Nimm den mal für als Liebeskugelersatz. Um Gottes Willen, das ist ja jetzt nicht gespritzt, oder? Jo. Oh Mann ey. Drei Zuschauer haben wir. Was für ein Schein. Ach, du ist weg. Was? Ja, total, total wird es gelopft. Aber das ist ja ein Kunstkanal. Das ist ja ein Kunstkanal. Welcher? Hier? Ja. Kunstkanal. Kunstkanal. Kunstkanal? Im Kunstkanal. Ja, das ist das. Heute hab's Nudeln. Ja. Hoffentlich hat's euch geschmeckt. Ich fühl mich wie Nudeln. Ich muss doch mal Torsten fragen. Vielleicht gibt er dir eine Antwort. Sie saß hier und ich heule von ihm in die Augen so. Und ich, ha, ha, ha. Und ich sah so in der Flasche. Ich dachte schon, die stirbt gleich. Die hat völlig so hochgepumpt. Und du sagst doch nicht. Wer sagt damit? Du hast zu ihr gesagt nicht. Du hast zu ihr gesagt Schaf. Ich hab gesagt Schaf. Und sie, ha, ha, ha. Und dann, ha. Oh Gott, das will. Ich dachte, die ist so aus. Das heißt, kriegt die das ja nicht im Backen. Aber vielleicht ist es ja so, wenn ein ein Sinn fehlt, dass die anderen sensibler sind. Oh, wie hat das so hin? Ja, das ist ja auch ganz klar. Stimmt, dann, äh, äh. Ich glaube, der isst mich einfach nicht so gewürzt. Das ist ja auch wie du isst. Irgendwenn, ich meine, das ist ja noch scharf heutzutage. Na nicht. Also pure Hava Neos sind schon scharf. Ja, aber in welchem normalen Minute ist da alles so eine Einheitswürzung. Ja. Das ist ja was. Vielleicht salzig. Schwuppen. Ja, und davon reicht nicht. Ja, aber ansonsten ist doch die Schafspinze zu ganzes. Das ist doch süß und Salz. Und fett. Und wahlweise auch mit Low Cup und wenig Fett. Was ist denn? Das heißt nicht, wie ich die noch manchmal so, oh, müßgeriegel oder so. Low Cup, was heißt, wenig Fett oder wenig Kalorien? Low Kalorien, das stimmt. Ja, weniger Zucker drin, wenig Kalorien, wenig Farbe, wenig Farbe, wenig Farbstoff, wenig Koller. Alles, was für die Scheiße, was die da hochschreiben, um eine zu verkaufen. Ja, wenn sie es einfach so lassen würden, ein gutes Produkt, einfach hier, Jut. Ja, ist aber nicht, Jut. Das lieber Jut. Das muss man den ganzen Scheiß draufschreiben hier. Ja, was? Ja. Low Fett. Ich bin ja auch noch vegan, bio, wild, hübschen. Da steckt ja nichts dahinter. Das ist ja alles. Ja, das ist ja nichts wert. Das ist ja völlig wertlos. Ohne Tierversuche gemacht. Und das ist die, 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 die kriegen wir an, die gibt es nicht auch Informationen. Für Schwangerschaft, die Schwangerinnen geeignet. Ja. Mann, da steht so viel Scheiß drauf, du wirst am Ende die Ahnung mehr, wie die Produkte heißt. Und in verschiedenen Sprachen. Heißt denn das vegan, heißt denn das schwangerschaftsgeeignet oder heißt denn das laktosefrei? Oder heißt denn alles? Apropos E-Name für sich heute kam E-Name vor. Ohne Scheiß, sein Ausweis hat nicht ausgereicht, Spanien, sein Ausweis hat nicht ausgereicht. Also oder gerade so diese Karte, um den Namen, um seinen Vornamen drauf zu haben. Aber er hat sich für uns die Karte, das stimmt, die Spanien haben immer jetzt den langen. So einen langen habe ich noch nie, also was für ein Scheiß auch, du konntest ja nicht lesen. Weil er so klein oder was? Ich sage, was zur Hölle ist das, das ist der Schickkarte, was? Ja. Da steht ja der Name um. Es gibt seine Nachname, Vorname kommt da runter. Und das war richtig, die ganze Ding komplett ausgeführt bis hinten. Ich sage, was ist denn bitte? Ist der Pinierkopf oder was? Alle krachen. Oh, hier oder? Hier, wer ist? Ja, hier, hintereinander, hintereinander. Oh Gott. Ey, weißt du was, es gibt nichts Schlaues, als wenn du Ebay machst und musst was nach Spanien schreiben. Dann reicht nämlich diese Scheiß-Adresszeile nie aus. Echt? Dann gehst du immer in die zweite Zeile, aber dann reicht das fast so vom gesamten Adressbild her nicht mehr. Musst du noch einen mit ankleben. Ich wähle noch eine Zeile. Dann funktioniert das wieder. Was für ein Wolpertigeraufgeber? Ja. Die haben auch nämlich, die Straßen sind nämlich bei denen auch immer so lang. Wir sind ja auch nach Pernom benannt. Ja. Genau, und dann haben die auch so eine... Gott, das will nicht so lang, auf alle Fälle würde ich nur sagen, so einen langen Namen wie der hatte, hatte ich noch nie. Ja. Ja. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ja. Der war aber ganz schön pissig. Der war irgendwie... Ja, weil er so einen langen Namen hatte. Ja. Scheiße, muss ich das wieder hinschreiben. Ja. Du weißt ja auch nicht. Aber du kannst ja auch... 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 Aber du kannst ja jeden Anfangsbuchstaben nehmen von dem... Du machst dann einfach einen Punkt. Also J Punkt A Punkt B Punkt Z Punkt B Punkt... Und dann den Nachnamen. Das geht, oder? Würdest du das akzeptieren, ja? Das ist theoretisch. Doch, die Mitte passt nun mal. Ja, natürlich. Jo... 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 Ach so, scheiße. Bin viel zu tolerant. Ab morgen sind wir tolerant. Wir reichen jeden Arsch die Hand. Und was uns stört in diesem Land, wird ab sofort keine Schweinereien mehr genannt. Na, warte! Ab morgen sind wir positiv und nicht mehr so in diesem Tief. Wir rücken nichts mehr gerade. Allein, wir hast dann alles schief. Ja, klar! Oh, Tante Obe, die haben wir gewollt sehen. Ja! Gebt dem Dennis Feuer! Neuer! Nichts mehr mit Kritikern! Los! Jetzt geht uns die Politik ab! Mehr! 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 Wenn der einmal losgelassen! Das war's schon? Na ja, die geht zu Süd. Sonst steigere ich mich da zu sehr weg. Sieht aber in den Grünen über die Straßen. Und dann irgendwie so... Wenn man in Lichtenberg ankommt, dann hat man dann so fünf Leute, die hinterher... Und die drei davon sind Hipster irgendwie so... Hey! Und du! Psychedelisch im Drogen, ja. Oh, Gott. Oh, Gott, das will. Da laufen mehr von der Antifahren hinterher als Anhänger. politische seite aus das ist doch völlig wie sagt man ja wie sagt man denn ist nicht nicht polarisieren das ist so einfach bloß die machthaber oder die macht ja zumindest an die die regierende egal wer da ist also alle nur scheiße bauen wiederholen text der bmd ruft an natürlich der eine der eine das ist nicht für mein tagsüber da passiert ja auch nicht so schön zeichnen mal den checken wenn man kippen und da steht nicht drin wieder steht nicht drin und da steht nicht da was so ein chat die schreiben noch nicht manche wenn über zwölf stunden dreißig leute reingucken doch niemand irgendjemand anders verstehst du zwölf stunden 30 die quatschen mit dir ja hallo dann musst du den chat publik machen ja unter irgendeinem speziellen deswegen haben ja die meisten jets auch irgendwelche charakteren zum beispiel das ist auch definitiv der homo steht hier aber ich habe immer das probleme reden wollen eure probleme ja dann könnt ihr gerne euch melden ja dann gibt es ja spezielle schildräume auch nie ja da groß hier schatten mal im dunkeln ohne display beleuchtung dass du da kommt also kosmik schätzt immer so wie kosmik wo die früher mal so mit bunter beleuchtung gibt es noch schiff und chat gibt es formaten neue formate für das land schiff und check jetzt noch schatter den rindfieber ich hatte einen städter ein städter und schädter hin schädter viel die kreis der viel schluss könnten wir hier mal so können wir mal übernachten das hat schon übernachtet hier das war sehr staubig ich glaube ich so ein bisschen ein bisschen man bauen und so drei so kleine zählte auf so ein kaminfeuerchen so ein ventilator ja genau so gut so eine lampe diese kommen ja gucken wir haben wir ja auch selten lagern dekorieren und zwar überall so nach gesegneten äste mit zwei kaffee der rüssel da stehen das schön ganz gut haben wir ein paar xb ja machen wir das große schnitten aus schlug ja ich war jetzt ist mein wurfzelt da ist das kostenlose relativ günstig jetzt sind wir mal unsere verbesserten version ich hab mal probiert war jetzt hier in der karl marxallee in dem camping kennst du den am anfang von der karl marx auf der rechten seite ist ein riesen campingaufstatter ja ich habe auch schon über die türkis mit dem zent so aufmachen war cool ging einfach wirklich 15 sekunden städte denkbar wenn ich keinen winters brauchst du nicht mehr herrige ich weiß ich nicht haben sie aber welche gab mit so einer rückwunsch und etwa einfach brauchst du nur verdoppelt so lange wie zum aufbau 30 sekunden kannst du investieren 15 sekunden ich steig mir so vor ich steige vom rad rüffelt rüffelt wo host abgeschmissen da kippt er nur noch mit dem radrennen rüffelt klack und dann steigen wir wieder so unter dem zent und rückwunschnur rückwunschnur du hast doch noch waschanlager einbauen Der morgendliche Tau, der auf den Zeltwänden ist, bei der Rückkurschnur, man zieht die Leine und dann wussch. Ja, die Zunge auch nicht. Wir haben noch ein bisschen geputzt mit einem Speichendraht und die Zähne geputzt. Ohne Kolumbien. Ehrlich? Genau, diese Rettung schmeißt du dann vom Rad. Ja, international. Und wie groß ist es? Packen wir es? Von dem Zelt? Wassersäule sind... Ah, das sieht gemischt. Hier ist komplett wasserdicht oder? Wassersäule sind so 15 cm. 20 cm. 20 cm. Und... Maß, ja, das ist... Packmaß. Packmaß. Gepackt. Ach so. Wie groß ist es denn? Ist das jetzt so ein Zweimannzelt? Ja, das ist ein Zweimannzelt. Also offiziell deklariert sind alles dreimannzelt. Und... Aber das ist natürlich... In meiner Falle ich mich dann manchmal so... Watt für drei Männchen. Ich passe mit dem Rad rein. Das ist okay? Ja. Ja, das muss draußen schlafen. Wie nimmst du noch mit? Die Katze. Dennis wollte mit, aber der muss ja eh draußen schlafen. Ja, die... Nee, da ist der wahr. Also wenn ich da bin, die zu fahren, die ich für war. Wenn ich da irgendwie meine Obegebung nicht mehr oder wahrnehmen kann... Nee. Dann so ein Zelt. Du hast ja so eine Zellofahrenzelt. 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 Das ist ja alles unterbrochen. So irgendwie. Also deswegen so ein Clan über dem Kopf oder so. Das ist ja auch nicht eine Alu-Box. Nee, ist aber trotzdem... Ja, aber das ist so dein Schlafkokon. Ja, das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja interessant, wie... Manche wollen ja sich... Meistens ziehen sich ja in Böen und Ecken zurück. Dennis? Nee. Ich kann das auch... Also ich kann das nachvollziehen, weil ich das... Ich finde es gut auch, wenn du draußen schläfst und wirst. Am besten noch auf so einer kleinen Anhöhe, wo du alles im Blick hast. Das ist natürlich nicht verkehrt. Aber was machst du denn, wenn... Also wenn du wirklich vom Rad kommst, bist fertig. Und womöglich regnet es noch. Das ist fähig, dann musst du durch. Ja, aber dann habe ich... Dann hast du keinen Bock. Das muss funktionieren. Meine Witter, da ist deine Klamotten, dein Zeug... Genau, die Klamotten... Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, aber das ist natürlich dann eine andere Art des Reisens. Ansonsten persönlich finde ich das zum Beispiel auch beklemmender, weil ich ja im Prinzip überhaupt nicht wahrnehme, was für mich noch nie passiert. Genau. Wenn du in so einem Ei... Da draußen könnten 20 Bären stehen im Kreis und mich erhoben... Ja. Oder Norman Bates, ja. Oder... Ja. Ja, und das ist natürlich... Aber sie sind schon. Aber... Aber... Ja, über den Zelt, aber komm, die Rinden, weil ich noch nicht überwindbare Dinderliss... Aber das ist natürlich... Abschottung. Panic Room. Und das ist natürlich auch tief in unseren Instinkten, so zu decken. Dann sagt man doch... Ey, du bist... Weißt du, in welcher Zeit du lebst... Weißt du, wo du... Ja, genau deswegen! Genau deswegen! Ich muss mir irgendeine Knarre mitnehmen oder so... BND! Überleg mal da draus, ne? Ist jemand da? Ja! Scheißegal! Dennis klopft an! Ist doch nur... Boom! Ja! Ich fahre ich nachher, weil ich bin genau! Mensch, da ist einer Karsten, sein Kokon! Nimmst du einen Vorderlader, das ist ja legal! Ja, genau! Ja, ich bin... Ich hab mir schon überlegt... Ich werde mir auf jeden Fall Stellen aussuchen, die gut beleuchtet sind, natürlich... Ja, genau! Nee, danke, sondern... Es ist ja nicht weiter tarnisch, wenn du in irgendeinem Dorf zum Beispiel auf dem Marktplatz bauen... Ja! Brauchst du die Dinger drauf? Morgens um 6 stehst du auf... Mach Kleber! Ey, mach! Hast du einfach... Scheiße! Du musst nur nicht in so einem Nazi-Dorf sein! Ja, mach ich dich doch! Dann stehen so nicht rum! Alter! Ich bin auch nicht mit Erdnüssen, ja! Wieso? Dann nimm nur ein paar zweite Mekar-Fotos mit! Die verrückten kannst du ein bisschen drauf! Ja! Für euch billig! 50 Cent, das stimmt! Könnt ihr mitnehmen hier! Ja, echt! Mann, ich hab... Da hab ich ja schon mal erzählt, aber ich hab eine Taschenluhr auf dem Markt liegen gehabt in... ... auf andern... ... teils in die Neurofinen... Ne, wo auch nicht seit... ... wo ich jetzt nenne... ... und zwar... ... die Franette... ... Teil des Liebes! Neurofin war das! Neurofin auf dem Kontrollen-Mal-Fektaschen-Uhr auf dem Tisch liegen gehabt... ... mit dem gerüßenden Führer drauf auf dem Zifferblatt... Ich dachte mir... ... jetzt... ... eingraviert oder als Tissot... ... als... Ne, weil Zifferblatt hat so... ... so... ... damals so... ... außer weißer Jahre oder? Ja, war nur egal... ... ja... Führer... Führer... ... ganz klar... Führer... ... ein Schweizer Panzer... ... und sagt... ... wir auch immer... ... und dann kam... ... eine Batterie... ... äh... ... Dorf... ... Helen... ... da an... ... und äh... ... und der... ... der... ... Oberheld... ... hat halt das Ding da liegen sehen... ... und hat gesagt... ... Jungs, Jungs... ... Ausstellung! Dann haben sie sich vor den Stand umgestellt... ... Armer um... ... ab... ... und dann sind sie im Stechritt vorbei... ... und haben geguckt... ... dann... ... und da haben sie sich... ... vorweil... ... nich so... ... mh... ... halt klar... ... ok... ... alles gut, wa? ... und dann kam er an... ... ey man... ... geil... ... was sollen die Kosten... ... und dann hab ich gesagt... ... 750... ... da hab ich da mal zugekommen... ... in Leipzig... ... ne... ... ne... ... da war auch so ein großer Mark... ... ja... ... da hab ich... ... nicht wohl... ... keinmal mal an ihn... ... und die Mark... ... was auch immer... ... und dann kam er ins Y-Bande... hatte ich und dann fing er an zu erzählen ja ich bin ja hier guck mal was ich hier habe tätowierte taten kreuzchen und diesen teil und ich sage ja was machst du hier mit dem dorfboden und so wenn der nicht sieht er kennt mich er ist halt klar ich fasse keine ahnung und so das war schon und hat dann die woge kopf hat er hatte nur sieben euro 50 aber ohne scheiß jungs aufstellung und den ganzen lüppis da ja mit dabei so seine entourage haben die sich alle aufgestellt oder augen links boom und ein stechschritt marsch das ist noch vorbei und ich habe alle haben geguckt und geguckt war alle stehen geblieben der war gut besucht der mann sagte mir ach du scheiße ja ich mache keine hand ich habe dir aber verkauft ich nicht nur sagen ich habe ja ich habe auch mal die kreuzchen und die kreuzchen und die kreuzchen und die kreuzchen der war ja jetzt schön dass sie so weiter jetzt an sie so geschrieben wenn ich sag mal jungs was das dann damals gemacht hätte ich bekommen wahrscheinlich dieses foto von kino delphi hier am zoologischen garten kennst du das kino hatte ich ein foto betriebszelle delphi filmtheater die konfrontieren mit der vergangenheit also weil sie so wird natürlich wahrscheinlich trotzdem wir hatten nazi mitarbeiter den haben aber rausgeworfen noch kommt jetzt nicht mehr klar so wie jetzt ein witziges erlebnis übrigens auch die markt der treue hier vor der tür oder was nicht endlich was nur der volkern und der kapitän der da steht wasser lehne und draußen rum an vier ecken standen jeweils die jungs die feuer vorbeigeschneiden ja die wachkosten so standen sie da arm erhoben als feuer in der anderen hand mit der wäsche und dann geknüpft die wäsche auf die vier hand das hat nie wahrscheinlich gemacht wäre der führer auch da gewesen ja dann hast du verkauft ja ich verkauft ja ja so ist dann doch denn stimmt die hätten nachtwache bestimmt nicht als im woche ja also ich will nicht die sind neu europäisch neu europäisch muss zu ziehen aus und die länder kassel macht ihr platz und das ist ja auch die umfälle gespräch vom kopf bis morgen Jokas, was ist gut, Ciao und gute Fakt danke für das Essen aufräumen, bei Tipps immer großartig aufzuräumen so morgen einfach nicht vorbei die pfeife der alter pfeifendeckel ich habe jetzt erstmal noch aber ich nehme sie mit kassel danke kippen ja so jahrelang zu mir leute zu ist ja nicht zu fassen die ernte ich habe viele bücher was hilft mir euer roter mund er ist mir gar unmehr 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 auch mit erklärung unlieb mit erklärung mit erklärung mit erklärung im gedicht oder war ja imi dicht naja 1 und unmehr 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 urlaub fräulein zart um alle frauen ist ja furchtbar es ist so lange schon hier ich weiß so bitte bring kurz müll weg ok ok oi 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 bist du denn hier das schild gefahren bist du etwa gegen das schild gefahren nein niemals die sind ja gar nicht mal so schlecht die scheiben bremsen hier obwohl sie mechanik sind vielleicht eine tischende parat von tosten oder verkaufen oder was nein nein so was ist nichts passiert was du denn so was mit stuhr und schädigung das ist wasser war von wem das ist leer, das war meins so Uiuiuiui so das wird jetzt produziert das wagt für heute auf alle fälle auch hier an euch mein feierabend und schau wir haben hier essen es war wunderbar etwa sehr lecker danke und gute nacht also bis dann schau